Holt euch die Kuscheldecke, holt euch einen warmen Tee. Wir spielen jetzt ein Horror-Game und zwar The Suicide of Rachel Foster. Ich habe Ewigkeiten kein Horror-Game mehr gespielt, aber an die YouTube-Zuschauer herzlich willkommen hier bei mir auf Streaming-Dodo. Wir spielen das komplette Game durch und meinen Twitch-Chat habe ich hier mitgebracht, weil ich brauche ihn. Seelischer Beistand, okay? Falls ihr auch mal live dabei sein wollt, kommt auf www.tv.com. Slash Playful Dodo vorbei, so heiße ich auf Twitch. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wir legen los mit einem Horror-Game. Es ist abends übrigens. Wir haben gerade in Echtzeit 20 Uhr 17. Ich bin alleine zu Hause, es ist dunkel draußen, ich habe Angst. Besten Voraussetzungen für ein Horror-Game. Aber mein Twitch-Chat ist da, falls irgendwas passiert. Falls hier irgendjemand heute im Hintergrund herumläuft, das sollte nicht sein. Daniel ist nämlich nicht zu Hause. Gut. Nur damit ihr Bescheid wisst und mich warnt. Ja? Danke. So, wir schalten um auf Gaming-Modus. Ich muss jetzt noch... Oh, oh, ich bin... Oh, wo bin ich denn? Ich bin nicht mittig. Oh, so. Ich muss hier rüber. Gut. Also, ich muss jetzt noch die Helligkeit einstellen und dann geht's los. Darf ich fragen, was du studierst? Ich studiere Technische Chemie auf Englisch. In echt heißt mein Studium. Daher Chemistry and Chemical Technology. Und ich habe gerade sehr viel Labor. Ich habe zum Beispiel letzte Woche... Äh, jetzt kommt wieder mein Mundart raus. Letzte Woche Biodiesel hergestellt. So, passe die Helligkeit an, bis das Viereck nicht mehr zu erkennen ist. Äh, welches Viereck? Ach, das ist das Viereck. Huh? Ja, so. So. Ja. Gut, ich bin nervös. Es ist noch kein Sound da. Oh doch, es ist Sound da. Jetzt. Der Twitch-Chat sagt mir, ob zu laut oder zu leise. Ha? NASA? Zigaretten sehe ich da. Bücher? Leute, rauchen ist nicht gut für euch. Fangt das nicht an. Ist einfach nur scheiße. So, ich habe gerade eine PS5 bestellt. Die kommt auf 6.4.30 Uhr. Hector, ich gratuliere dir. Das hört sich ja cool an. Also wirklich. Soweit passt der Sound. Okay, ihr sagt mir dann Bescheid. Ach ja, ich wollte eins noch machen. Und zwar die Alerts ein bisschen kleiner. Falls die nämlich hier reinploppen, dann, äh, sind die nicht ganz so groß. Hören können es die YouTube-Zuschauer eh nicht, aber sehen schon. Natürlich. So, neues Spiel. Obwohl, Einstellungen. Vielleicht haben wir noch eine Sprache oder so zum Einstellen. Ich glaube. Doch, es gibt es schon auf Deutsch. Das ist gut. Weil das war vor ein, zwei Jahren noch nicht auf Deutsch. Das weiß ich. Okay. Karte öffnen, Taktion. Kann ich schleichen oder mich ducken? Das ist nämlich schon ein schlechtes Zeichen. Stimme. Gut. Ihr sagt mir dann Bescheid. Gut. Neues Spiel. Es ist auf Deutsch eingestellt, wenn hier neues Spiel und Einstellungen entsteht. Schlau, Sersi. Ganz, ganz schlau. Und Trigger-Thema, Suicide, Selbstmord. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt, guckt das Video nicht alleine. Holt euch jemanden dazu oder guckt es einfach nicht und lasst dieses Video heute mal aus. Es geht nämlich um einen Selbstmord von einem Kind, glaube ich sogar. Ich bin mir zwar nicht sicher. Deswegen, Leute, Trigger-Thema. Falls ihr das nicht aushaltet, dann lasst das Video heute mal aus und guckt dann wieder Animal Crossing. Genau. Meine liebe Nicole. Wenn man sich einem Drachen entgegenstellt, muss man schwer... Okay. Hä? Achso, da oben. Hä? Okay. Du bist die Tochter, von der jede Mutter träumt. Schön, klug und gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass die Dinge nicht immer einfach waren. Aber erinnere dich daran, was Dr. Franklin nach deiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Wenn man sich einem Drachen entgegenstellt, muss man Schwert und Schild bereithalten. Manchmal muss man wissen, wann man sich vor dem Drachen zu verneigen hat. Raphaai. Für mich warst du immer eine Kämpfer-Natur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist, aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Oh. Oh, ich gehe schon. Ich kann nach vorne gehen. Hä? Hä? Okay, ich dränge mich da gerade nach vorne. Die Affäre, die dein Vater vor neun Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierender Selbstmord... Okay, das war's. Also eine junge Frau, die Selbstmord gemacht hat, haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Ich kann nur meiner Mutter vertrauen. Oh, hart! Dass dein Vater unser Vertrauen ihre Parabe zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser, oh mein Gott, Klippe warf. Ich war bei dir. Ich war immer bei dir, als du dir die Schulter beim ersten Mal ausgepuppelt hast, als du in deiner ersten Nacht geweint hast, in einem Zimmer, das dir fremd war und als du Duncan Forbes 1985 unter dem Weihnachtsmisterzweig geküsst hast, in deinem ersten Jahr am College gegen Abtreibung demonstriert hast. Duncan war ein guter Junge, aber auch wenn ich dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ihr reden konntet. Miteinander zu reden bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. Da kann ich hier nur zustimmen. Das ist tatsächlich so. Reden ist so wichtig. Nicht streiten. Also streiten, ja, gibt es in jeder Beziehung, aber auch nicht so richtig streiten. Also ich weiß nicht, wenn ich mir streiten vorstelle, denke ich mir immer so, die Leute schreien richtig laut miteinander. Aber in einer Beziehung sollte man vielleicht das auch nicht machen. Das ist auch nicht richtig. Man soll eher Diskussionen führen, sachlich bleiben, immer vernünftig bleiben. Aber dieses gegenseitig laut anschreien, das ist auch nicht gut. Machen Daniel und ich zum Beispiel nie. Also wenn wir nicht einer Meinung sind, dann diskutieren wir das sachlich aus. Aber anschreien geht für mich in einer Beziehung nicht. Das ist für mich irgendwie so, boah, nee, Flucht. Flucht. Ich vergreife die Flucht. Man sollte immer in einer Beziehung auf jeden Fall über alles miteinander reden können, aber sachlich. Genau. So vieles, also kann ich euch jetzt als sehr sie sagen, die seit sieben Jahren in einer Beziehung ist. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal tut es mir leid. Zuerst einmal tut es mir leid. Auch noch so Beziehungstips hier. lehnt euch zurück, ihr braucht auch nicht so aktiv sein heute. Nur seelischer Beistand, das ist das Einzige, was ich brauche. Aber ich verstehe es voll, wenn ihr auch im Bann gerissen werdet und einfach nur zu gut. Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn eines guten Christen würdig ist, aber ich habe den Zorn benutzt, benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe, Liebes. Ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein und für allemal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel. Genau, in dieses Hotel werde ich, glaube ich, werden wir jetzt dann gehen. Und um das geht die ganze Story. Also wir erben das, glaube ich. Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dorthin zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Zieh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nichts als Zorn umschließen. Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für allemal beenden. Lass uns diese Geschichte beenden. Krass. Also, ich denke mal, der Vater ist gestorben, die Mutter auch, weil die hat eine Krankheit. Und das ist jetzt so das Testament. Und wir erben das Hotel und Mutter hat gesagt, wir sollen es verkaufen. Wir waren immer füreinander da. Ich wünschte, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte. Bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaube mir. Ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter. 24. Juni 1991. Sind wir gerade auf der Beerdigung von unserer Mutter? Also, der mittlere Schirm, den kann ich so ein bisschen steuern. Also, einfach nur nach vorne und stehen bleiben kann ich auch. Ja, das ist eine Beerdigung. Fängt ja schon mal gut an hier mit dem Horror-Game. I'm scared. Ich heu sofort, wenn mich jemand anschreit, damit kommt man nie weit. Ja, nee, das ist einfach unnötig. So was. Da reicht man auch nie was, wenn man dann so emotional reagiert. Ich meine, hin und wieder kann man sehr verstehen, wenn wirklich die Situation emotional aufgeladen ist. Und so, aber dann entschuldigt man sich dafür auch und dann hat sich die Sache das heute halt nicht so oft. Oh. The bad turn is proving worse than expected. With above average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955 with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winners in Lewis and Cloud County? Uff, wir haben einen richtig harten Schneesturm. Ja, das passt doch perfekt für ein Horror-Game. Wahrscheinlich können wir das Haus nicht mal verlassen oder nicht mal irgendwie Hilfe rufen. Oh mein Gott, das wird interessant. The Suicide of Rachel Foster wird gespielt. Oh, cool. Gefällt mir. Richtig mein Stil. Also wir fahren jetzt gerade in das Hotel. Habt ihr das richtig verstanden? Ich glaube schon. In das Hotel, das wir geerbt haben und unser Vater ist jetzt gestorben und ich denke, unsere Mutter ist auch gestorben. Die war krank. Und dann ist der Vater gestorben und dann haben wir den Brief von unserer Mutter bekommen. Also unsere Eltern sind tot. Und unser Vater hatte eine Affäre mit einer jungen Frau und die hat sich danach dann umgebracht und das ist eben dieser Selbstmord. Ei, ei, ei. Brauchst du ein neues Spiel? Was meinst du, Ruki? Okay. Ähm. Ihr könnt mitlesen oder eben Englisch verstehen. Ich denke nicht, dass ich alles mitlese, weil sie redet und dann ist der Text auch weg. Also ich kann es gar nicht danach noch lesen. Mein Auto, das kann ich lesen. Ähm. Hört ihr das? Draußen ist Schneesturm. Okay, ich kann auch ein bisschen schneller. Garagentor. Ah, das ist ja richtig heftig. Reifen. Ich bin in... Es fängt gut an hier in der Garage sein. Irgendwann im Keller drunten oder so. High Voltage. Okay. Merken, Leute. Hier ist Sicherungskasten. Der wird sicher mal rausfliegen. Also die Sicherung. Hier müssen wir sicher mal hin und müssen das Licht wieder aufdrehen. Das ist sowas von hundertprozentig der Fall. Mams-Auto. Oh, das ist richtig ein alter kleiner Käfer. Zaun ist übrigens perfekt. Danke, Leo. So, da haben wir ja so Garagensachen. Mülltonne. Kann ich mit was interagieren? Nee. Okay, heftiger Schneesturm. Mein Auto. Okay, ich gucke mal zu der Tür. Vielleicht kann ich da raus. Oder bei der Tür. Okay, ich bin nicht schnell unterwegs. Das macht mir Sorgen. Hier steht Locker Room. Ah. Oh. Checkliste. Drücke R, um die nächste Tarte hinzuzeigen. Ah. Nice. Wie groß ist denn das Ding? Ach, du Heilige. Oh, Mist. Oh, Mist. Verblasstes Wandbild. Okay. Warte, ich möchte nochmal auf die... Also, wir haben hier tatsächlich... Eins, zwei, drei, vier Stockwerke. Seid ihr denn verrückt? Welcome. Check-in. Reception Hall. Ich denke, ich muss mal zur Rezeption. Weil... Oh Gott. Das ist ja ein gruseliger Keller. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ja, aber ich möchte mich hier natürlich auch Boiler Room umgucken, damit ich gleich weiß, wo was... Oh mein Gott. Das ist nie gut. Das ist nie gut. Ich weiß nicht, ob man das auf der Playstation spielen kann. Ich weiß es nicht. Benutzen. Guck, so sieht es hier aus. Ach, ich habe jetzt schon Angst. Da kann ich nicht raus. Ich will doch nur raus. Office. Hallo, wer ist im Apparat? Wo ist das Telefon? Ah, da. Anrufbeantworter. Hä? Nutzen. Was, das hat mir gesagt. Wie ist das? Hä? Hä? Was ist das? Was ist das? Äh. Der hat sich nicht sagen. Hä? Was wohnert ist? Der hat sich nicht die? Hä? Was wohnert? Was ist das? Ihr hebt gibt. Wir haben den Telefonnummern geöffnet. Ich... Ich bin wirklich sorry, Leonard. Aber meine Hand sind verbunden. Wir müssen weitergehen. Ich bin sorry. Auf Wiedersehen. Ja, Nicole? Das ist Jenkins, die Beobachterin. Die Hotelzelle, die in Ihren Hotel möchte, hat nur ein Mammoth-Holy-Bible auf meine Desk, die ich muss durchführen. Ich muss persönlich gehen zu der Land Registrierung bevor wir treffen. Listen, ich weiß, Sie wollten nicht zu gehen, aber jetzt ist die Hotelzelle in Ihren Hotelzelle. Die Hotelzelle muss sich zur Verfügung stellen bevor es auf dem Markt zu stellen. Es ist sehr noble für Ihre Mutter zu wollen, die Frau von der Familie zu retten. Rachel. Nicht jeder würde sich davon befreien. Es geht jetzt an Sie. Geht zu, ich bringe Ihnen einen Burger und Sie, Portland-Folkern, nur ein Traum. Ich lege Ihnen einige Noten und eine Master-Key auf der Unterkaufstelle der Familie der alten Apartment. Starte Ihre Runde von dort. Gib mir ein paar Stunden, nicht weg. Okay? Ja! War das letzte? Ja. Also unser Anwalt hat jetzt gesagt, wir müssen einen Rundgang machen durchs Hotel und unser Anwalt bringt uns später einen Burger. Also der will hier hinkommen. Na gut. Das heißt, und er hat gesagt, ich soll nicht weglaufen. Wieso sollte ich weglaufen? Aber gut. Das ist ein Horror-Game. Also wieso sollte ich weglaufen? So, hier haben wir Leonard's Tasse. Was war das? Ansehen, Kugelschreiber. Aha. Ja, gut. Schön für dich. Okay. Ich glaube, ich sollte mal die Karte angucken. Main Floor, da bin ich ja gerade. Ich bin gerade im Office und ich muss jetzt nach vorne in die Hall gehen. Achso. Ne, warte. Da steht's ja. Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschuss in der Master Suite gelassen hat. Wieso denn in der Master Suite? Wo ist denn die Master Suite? Das ist hoch. Da, hoch muss ich. First Floor. Oi, 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 oi. First Floor muss ich. Digi-Girl, Hallöchen. Zum ersten Mal da. Hi. Saskia, danke für deinen Lörg. So, wo geht's noch hoch? Recht schnell bin ich auch nicht. Kann ich nicht hoch. Wo ist denn die Treppe? Treppe, Treppe, Treppe. Office. Da geht's da hoch. Okay, ja, da muss hinten gehen. Hinten muss hingehen. Irgendwie hoch. Da, oder? Ah, da ist die Hall. Okay, da ist die Treppe, gut. Hab ich da nicht nur einen Schlüssel? Achso, ne, da ist ja der Main Suite. Aber wieso? Klingel, ansehen. Okay. Das, kann ich das ansehen? Nee. Weil das ist ein altes Hotel und wir haben das geerbt, sollen das verkaufen, sollen mit dem Geld die Studiengebühren von uns bezahlen, aber den Rest sollen wir der Familie ergeben von der jungen Frau, die sich umgebracht hat, mit der unser Vater die Affäre hatte. Crazy Story. Crazy Story. So, das, da muss ich hoch. Und das will unsere Mom so. Room 109 to 117. Wieso rede ich Englisch? Äh, Master Suite, ja. Okay. Das sind ja richtig viele Zimmer. Da müsste das sein, oder? Master Suite. Benutzen. Ist ja voll der Saustall! Ansehen. Testament! Von Leonard, das ist unser Vater. Charlie. Charlie. I know we did in Point Charlie. Helena. County. Aha. Keine Ahnung. Jenkins Brief. Ja, das ist mit dem, von dem Anwalt. So. Buch. String Theory. Da war jemand sehr into the universe. Und ein alter Teller steht auch noch da, lecker. Oh, ist das unser Kinderzimmer gewesen? Da ist ein Orca, ich liebe Orca. Also das ist unser Kinderzimmer. Radio. Unangenehm. Unangenehm. Er kündigt uns ja jetzt schon einen Stromausfall an. Ah, guck mal. Hauptschlüssel. Das ist der Manager's Key, die meine Mutter mir nicht geben würde, als ich klein war. Hm. Bisschen zu groß. Da könnt ihr nicht alles lesen, ihr Armin. Ich muss sich ein bisschen kleiner machen. Guck mal. So. Also, wir haben jetzt den Schluss. Oh, guck mal, ich war doch ein Naturtalent. Aber wirklich. War ich auf einer Kunstuni? Hier, guckt. Hier. Achso, ich dachte, es ist ein Controller. Es ist ein Fernglas. Ich dachte, ich habe gezockt. VHS-Kassetten, wer kennt sie nicht? Oh Gott, da habe ich immer meine Heidi und meine Asterix und Obelix aufgenommen. Das waren noch Zeiten. So. Cool. Ich war auch into the universe. Mein Bett. Kann ich nicht aufmachen hier. Guckt, alles brav zusammengelegt. Das kann gar nicht ich sein. So. Gut, wir haben den Schlüssel. Was steht jetzt auf der Checkliste? Nix. Okay. Dann passiert jetzt wahrscheinlich gleich irgendwas. Leute, Achtung. Oh, da ist eine Kamera. Polaroid. Oh. Wo? 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 Hä? Das klingelt doch da wo. Hä? Habe ich ein Handy? Hä? Das ist doch hier. Das klingt, als wäre das hier. Ist das bei mir? Ah, da ist es. Stimmt. Seltsames Telefon. Na toll. uo? Irving. Irving Voll gemein, aber ja, okay, dann gehen wir halt jetzt wieder und auf Nimmerwiedersehen-Game durchgespielt, oder? Nee. Ja. Aber wirklich. Oh mein Gott, das ist ja genau das, was ich in der Uni mache. Nicht ganz, aber fast. Lightbar. Nur meine Szenz habe ich auch gemacht. Gerade erst. So. Ich kann hier halt alles irgendwie angucken. Das finde ich cool. Hier ist Dosenessen. Eine Lampe, bitte nimm die Lampe. Ich möchte die Lampe. Ich weiß doch, dass da irgendwo gleich Strom ausfällt. So vorprogrammiert. Hier ist auch noch ein Telefon. Ich habe nichts auf der Check... Nee, ich kann einfach nur rumgucken. Und dem Serienkiller in die Arbe laufen, oder was? Eww. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eww. Ist das eklig. Oh mein Gott. Das sieht jetzt nicht freundlich aus. Überall Medikamente. Was ist denn hier passiert? Oh Gott. Nein. L, um zu laufen. Ich will nicht. I don't like him. Soll ich überhaupt in dem Gegend laufen, oder er nicht so? Oh mein Gott, da ist er hier. Habe ich vergessen abzuschließen, oder? Oder was ist passiert? Don't do that to me. Hallo? Das Geräusche, Mann. Ist er überhaupt abgeschlossen? Ja, ich komme nicht raus. Wieso dreht sie sich eigentlich auch so langsam um? Das ist doch einfach nur crazy. Wieso? Guck, Christian. Aber wieso sagt mir denn das Game auch nichts? Ach so. Storage. Da muss ich ja rein, oder? Weil ich jetzt den Schlüssel habe. Oder? Da ist nichts. Wo soll ich nochmal rein? Ich habe alles vergessen. Was ist dieser Lärm beim Overlook? Okay. Ich muss zum Overlook. Ach, das wäre eh da oben gewesen. Mist. Na dann. Auf. Hoch. Wieder. Nee. Nein. Na, hallo? Wer ist im Telefon? Na dann nicht. Na dann nicht. Dann nicht. Kann man nicht ein bisschen länger warten? Ich muss hier einen halben Marathon laufen, um zum Telefon zu kommen. Das hasse ich an Leuten, die immer nur so kurz anrufen und dann direkt wieder aufliegen. Kann man es einfach nicht schaffen. Dass man da dran geht. So, da oben ist ja irgendwo der Overlook, oder? War der nicht beim Masters Bedroom? Nur rechts oder so? Ah, Masters Suite. Wartet. Hier, ja. Masters Suite. Hä? Hier rein? Aber nach rechts. Oh, herzlichen Glückwunsch. Die Fenster sind auch in... Oh, Mann. Nein, nein, nein. Ja, wir kommen hier nicht so schnell wieder weg. Melden. Hallo? Hey, you still there? Irving? Huh? Oh, ja. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? Ah, uh, the snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. Uh, you're not thinking of taking the car. Doch, doch, ja, ja. Bitte. Offensichtlich schon, was kann... Ja. Äh, ja? Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Oh, sorry about that. I, I just... Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously. If you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero... Ja und? Alles besser als hier? I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist. You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait. Bye. 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 What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Genau. Hol das Auto und verschwinde von hier, bevor der Sturm losgeht. Schnell. Lauf. Renn. Rein in den Keller. Wir gehen gern in den Keller. Gerade wenn's ein Horrorgame ist. Wir lieben es. Wir lieben es. Ja, ja. Ja, ja. Wieso kann ich nicht mehr laufen? Ah, jetzt. Da ist mein Auto. Das packt mich schon. Oh, oh. Das schaffst du schon. Du bist da? Oh, ja. Right. Es ist eine direkte Linie. Ich kann nicht finden meine Auto-Karte. Meine Auto-Karte. Ich lasse sie auf der Seite. Du bist sicher? Ich denke so. Vielleicht jemand... Nein. Das ist das. Das Haus ist ungefähr 12 Kilometer von dem Hotel Als der Crow flie. Es ist 40 Kilometer von der Straße. Und da ist nichts oder nichts in zwischen. Und das ist nicht ein guter Ding. Das ist jetzt nicht gut. Gott, ich wusste es. Oh, vielleicht die Keys sind in deinem Kopf. Wow, das nicht sogar in deinem Kopf. Ich versuche nur zu helfen. Ja, das war kind of itchy. Nein, problem. Die Keys werden aufgerufen. Die gute Sache ist, dass wir haben diese neue Cell Phones. Das ist das, was sie nennen. Radio geht nicht da. Ich bypass die Signal, Gibt der Typ euch auch irgendwie Negativ-Vibes? I don't know. Äh, ich kann niemanden erreichen. Das Telefon verreckt beim Anruf. Wieso kann der mit mir telefonieren? Also ja, er hat es gerade versucht zu erklären, aber irgendwas mit Kurzwellen und irgendwas... Eigentlich was. Äh, glaube ich ihm nicht. Ich muss die Tür zur Garage aufbekommen. Hoffentlich funktioniert das. Bin hier in der Garage. Meint ihr die Garage? Ja klar, mach mal auf. Klopp. Nochmal, bevor ich hier melde. Komm schon. Ab, 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 ab. Geht nicht. Irving, es ist... Don't fuck. Talk to me. I can't open the Garage door. It's a conspiracy, damn it. The stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look. I left this place ten years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole. I don't want this. Can it be there, hey. Hey, what is it be there? Ich will einfach auch nicht im Keller sein. Also ich will schon in meinem Auto nach Hause sein. Alles? I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Der ist komisch. Oh. Thanks. Irving. Nein, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ja. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with a job. You're safe up there. I don't know. Wieso sagt er, ich bin hier sicher? Was ist denn das hier? Oh, die Küche. Oh, gut. Gleich mal ein Messer mitnehmen. Boah, wie gruselig kann man eigentlich eine Küche machen? Wenn er einen das schon erschreckt. Oh, Gott. Ich glaube, der Typ unterschätzt die Fähigkeit seiner Kollegin chronisch typisch macho. Ja, voll. Ach, ihr werdet bestimmt am Schluss Best Buddies und trinkten Tees. Wahrscheinlich kommen wir sogar zusammen. Wahrscheinlich ist das so ein Stream-Team und wir verlieben uns jetzt in den, weil der uns so hilft gegen das Zombies oder was auch immer hier noch kommt. Ich habe ja keine Ahnung. So, wir haben hier geschlafen. Hallo? Really? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say you got everything you need to have a smooth night, but you should take a look at the main power system. Nein. I mean, no one's been up there since Leonard's death. Five days might not seem like much, but the Timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself. No, I didn't mean... Don't blush kid. Sieht nicht so prickelnd aus draußen. Aber das Auto hätt's doch gepackt? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Der hat uns das doch nur eingeredet. Das hätten wir schon geschafft. So. Power System. Wo? Wo und wohin? Hier, Attic. Oh Gott, nein. Nein! Dachboden. Wieso gibt's einen Dachboden? Museum. Aha. Laundry Church. Oh, es gibt sogar eine Kirche. Locker Room. Garage, Electric Room. Seien wir da hin? In der Electric Room? Meint er das? Nee. Wieder in den Keller? Okay, wieso erzählst du ihm das? Okay, das bin ich nicht. Okay, das bin ich nicht. Ich finde das hier gar nicht so sparen. Ich bin schon unterwegs. Wie kann ich denn überhaupt das unten auswählen? Ach so. Ich mach mal Punkt, Punkt, Punkt. I don't like him. Hier? Oh Gott. Wie grüßig soll es noch werden? Ah! Sorry, Leute. Ich bin echt eine Heulsuse, was Horrorgames angeht. Oh, sheet's haben wir. Hä? Ha! Oh, farting ghost. Drei Stunden Zerk aus dem Monat. Hier raus gehen. Machen wir eine Skitour? Komm schon! Hier sind so Rohre. Da geht's doch fix zur Heizung. Wieso muss ein Keller eigentlich immer so riesig sein? Juhu, da geht's ja nochmal runter. But why? Aber wieso denn? Aber wer? Wie? Warum? Weshalb? Äh... Wieso ist das so eine Kinderzeichnung? Was ist das hier? Ich glaube, ich sollte hier nicht sein, oder? Bin ich in der Kirche? Ich bin in der Kirche! Oh nein, wie hab ich's denn hierhin geschafft? Steh wieder zurück! Ich, ich will das nicht! I don't like this! Wieso sind hier die Wände so eng? Und wieso ist hier eine Kinderzeichnung? Und ich will wieder heim! Ich... Wieso ist hier so ein... Ich kann nicht mehr Deutsch sprechen echt jetzt! Glühbier! Wieso ist auch die Treppe so eng? So, Türe zu und nie wieder hier rein! Okay? Bam! Regnet's jetzt, oder ist hier irgendwas geflutet worden? Bin ich überhaupt? Ich kenn mich gar nicht mehr aus! Da war ich schon! Da ist nix! Okay, ich geh mal wieder zurück! Wo ist denn der Heizraum? Angst hoch zwei! Ja, fragt mal mich! Ihr guckt ja nur zu! So! Hier! Check-in! Reception hall! Boiler room! Oh Gott! Ich bin einfach... Einfach vorbeigelaufen! Das ist wieder mal typisch sexy! Danger! Ich kenn mich auch aus mit Danger! Oh! Funk! Dose mit Boden! Lecker! Noch was drin? Ah! Mist! So! Ich brauch heißes Wasser! Getraulikpumpe! Riesenteil! Darf ich bitte heißes Wasser haben? Hier! Hier ist was ausgeschaltet! Kann ich das anmachen? Nein! Da! Ich drück überall drauf! Kann nur richtig sein! Hier! Das ist ein Knopf! Nee! Kann ich auch nicht machen! Why? Achso! Das ist Strom! Ich brauch heißes Wasser! Hallo? Hier? Nee! Gänge mögen nicht! Hat sie nicht gesagt im Heizofen? Ich brauch eine Dusche! Aber zuerst muss ich den Heizofen anstellen! Heißt das was? Ein Boiling Room ist meiner Definition nach ein Heizraum! Was meint ihr? Leute? Oh ja! So ein Spaten wäre auch nicht schlecht! Vielleicht im Bad? Naja! Er hat ja gesagt im Keller! Er hat ja zu mir gesagt, ich muss in den Keller den Heizofen auf... Oh! Guck mal! Hier! Oh! 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 Knopf! Hä? Wie bin ich überhaupt hier reingekommen? Pff! Was war das? Knopf! Knopf! Knopf, Knopf! Woh! Wie geht's? Sie sieht echt... kompliziert aus. Ja. Ja. 220 bar? Wenig. Absieh. Sieh, sieh, sieh. Push, 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 push. 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 Aha. Ih. Eklik. Okey. Oh. Irgendwie hab ich nicht so... Also ja, er ist schon witzig, aber... I don't know. Ja. Ja. Ich bin noch nicht so witzig. Ich hab sie mit dem Untergrund. Ich bin noch nicht so witzig. Ja, mein altes Rumpf. Ja. Ich bin noch nicht so witzig. Es ist nicht so witzig. Aber ich bin noch nicht so witzig. Also normalerweise habe ich eigentlich eine ganz okaye Menschenkenntnis. Ich finde schon seltsam, dass wir nur mit ihm telefonieren. Und wieso ist er immer zugänglich und so? Also das ist schon ein bisschen komisch. So, wir schließen hier die Tür, wenn wir hier duschen gehen. Ja, aber hier will ich ja gar nicht. Ich verstehe. Du schon. Ich fühle mich wieder an, dass ich wieder hier bin. Höh! Fah! Ich verstehe. Ich verstehe. Die Wilsonian mythology. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich werde jetzt in meinem Rooom mit den Posteren meiner Lieblingsbande spielen. Ich spiele meinen alten Bass, total unplugged. Ich dachte immer, wir wollen duschen. Also. Ich bin hundemüde. Ich bin hundemüde. Hier. Hier ist mein Rooom. Hier ist mein Rooom. Hier ist mein Rooom. Bitte geh ins Bett. mit. Was fällt das? Hat das Spiel nicht gecheckt, dass ich so schnell war? Unvollständiger 360. Wir wollen dich! Ach, ich wollte Astronautin werden. Ja, schön. So, vielleicht jetzt? Nicht? Ist das nicht mein altes... Ist das nicht mein altes Zimmer? Hier, ich hab doch gezockt. Ich wusste es doch. Alter Freund. Hallo, mein alter Joystick-Freund. Hier, Games zocken. Diese Kette. Reinlegen hier. Hier, was haben wir? Was haben wir? Nicht-identifizierbare Spiele. Schade. Wie kann ich denn jetzt schlafen gehen? Das ist doch mein altes Zimmer. Hallo? Ja, stimmt. Ich hab ein anderes Zimmer. Aber das war doch gar nicht mein Zimmer, das hier. Das war doch das von meinem Vater, oder? Nee, hier kann ich auch nicht schlafen. Hä? War da noch ein Zimmer? Boah, ich dachte grad, da steht jemand. Da weiß der Hutständer. 1980ern. Mittlerweile nicht mehr, aber... So in etwa, ja. Nee, ein bisschen später, Hector, glaube ich. Ey, wieso kann ich dir nicht schlafen gehen? Ich bin hundemüde. Ich werde in meinem alten Zimmer in der Master Suite schlafen. Ich bin in der Master Suite. Ich bin in meinem alten Zimmer. Was mache ich falsch? Erinnerungen an Sportlers. Ja, ich war in einem anderen Schlafzimmer auch schon. Aber da kann ich auch nicht schlafen gehen. Also es gibt jetzt hier, ich bin in der Master Suite, gibt's das Schlafzimmer, wo ich grad war, und das hier. Da kann ich auch nicht schlafen. Ich kann alles drücken, was ich möchte. Geht nicht. Aber das ist ja das Zimmer von unserem Dad, der grad gestorben ist, oder? Weil der war so in... in Weltraum. Oh, Kalateas. Ah, ich weiß ja nicht. Muss ich noch was essen? Kann ja nicht sein. Hier, Messer. Bitte mitnehmen. Bitte. Vielleicht war ich dem Spiel einfach zu schnell. Ich kann nicht. Draußen ist vielleicht noch hell. Ja, schon. Aber es ist ja schon zehn. Muss ich doch noch mal runter? Habe ich da vielleicht was vergessen? I don't know. I don't know. Vielleicht muss ich noch was triggern. Habe ich schon, Leonie. Okay. Habe ich dir grad das Lachen gehört? Ich dachte, ich wäre alleine. Das ist alles so unheimlich. Vielleicht einen Anrufbeantworter noch mal gucken, ob da jemand angerufen hat. Es hat ja jemand angerufen. Ne, leuchtet nicht. Ich gehe nicht noch mal in den Keller. Egal, was ihr sagt. Aber ich gehe nicht noch mal in den Keller. Das vermeide ich. So gut es geht. Hallo, Sunny. Schön, dass du da bist. So, ich probiere es noch mal. Ja, ich habe Angst, in den Keller zu gehen. Jeder normale Mensch hat Angst, in den Keller zu gehen. Vor allem nachts und alleine. Kann ich da eigentlich überall rein? Nee. Hm. Ich will nicht, dass das Game jetzt buggt. Darauf habe ich keinen Bock. Vielleicht muss ich hier einfach zumachen. Ah. Kann ich Fernsehen? Nö. Wieso hat denn der Typ so viele Bilder gehabt? Ah, Bücher gehabt. Hier, schlafen. I don't know what to do. I don't know what to do. Wir sind... Also, Leonie, du kannst gerne mal googeln. Ja, wir sind bei dir. Du musst keine Angst haben, wenn wir Freunde da gehen. Da klappt nicht. Beim Büro gehen wir im Zimmer. Schlafen gehen. Ja. Habs. Was? Was muss ich tun? Tell me. Oh. Ich hab's dem Moment gemacht, Leonie. Cool. Ah. Woher soll man dir das wissen? Katzen-Haar, so geht's mir auch. Horror ist auch nicht mein Show. Aber man muss halt mal ein neues wagen im Leben. Und so ein bisschen Nervenkitzel ist vielleicht mal nicht so schlecht. Aber hallo. 99. Aha. Dankeschön. Liebe Grüße zurück. Wieso bin ich jetzt hier beim Overlook? Das muss ich auch, gell? Ich war einfach nicht. Es ist schon besser. Klar. Sieht ja auch so aus. Ich möchte das Thema nicht wechseln. Ich denke lieber an meine Grundbedürfnisse. Oh. Ich konnte ein ganzes Pferd verdrücken. Ich muss am Leben bleiben. Ja. Ich muss etwas in meinem Kopf oder ich werde es nicht aus hier leben machen. Du wirst immer für die Baked-Bee vergrüßt werden. Muss ich jetzt wieder zurück ins Master-Suite-Ding? Sag nicht, ich muss in den Keller. Da komme ich nie rein. I don't like it. I hate it, hate it, hate it. Oh oh. Ai, ai, ai. Hier ist Food, Food. Guck. Da. Food. Food. Iss. Iss, Mädchen. Iss. Irving sagt ja, dass es in der Vorratskammer oder im Kühlraumboden gibt. I don't like it. Ich edit, edit, edit. Oh oh. Mezzanine. Was ist das? Fritsch! Kitchen. Okay. Ja. Okay. Ich muss in den... Ich muss in die Kitchen. Aber hier sind doch auch Bohnen. Ihr könnt mich doch nicht verarschen hier. Ja. 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 Alien Isolation. Ja. Sagt mir was, aber kenne ich nicht. Nein. Der versucht sich nur einzuschleimen. Der hat was vor. Ich denke auch, der Hohrbritzel. Ich habe da auch schon ein ganz schlechtes Bauchy gefügt. Jetzt geht's los. Jetzt fangen die Geräusche bei mir zu Hause an. Ja. Ja. Ja, das ist dein Schleid. Ja. Dann haben wir es. Okay, ich komme in die Fritsch nicht rein, aber ich will auch gar nicht, weil irgendwer sperrt mich da am Ende ein und dann erfriere ich. Wie kann man nur so eine ekelhaft kalte, miserable Küche haben? Auch für ein Hotel, ich weiß, da muss immer alles steril sein und so, aber wieso? Verdorbenes Essen. Melden! There's some food, but it looks moldy. Ew. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Nein! Ich wehre mich. Hier alles verschimmelt. Zoom mal. Wieso? Muss ich doch da rein? Wo war der nochmal? Ah ja. Ich geh rückwärts rein, falls da jemand kommt. Äh. Ich muss mich umdrehen. Das Spiel ist so gemein. Ich muss mich ja wegdrehen. Hey. Hey. You kidding? Ja, genau. Ja, genau. Freilich. Jetzt hebt der Arsch nicht ab. Der war das doch selber. Dieses Asshole. Sorry, sorry, Leute. Ja, genau. Der war das. Ey, ich hab's... Nur er wusste, dass ich gerade in diesem Fridge bin. Ich hab da so eine Ahnung. Der verarscht mich doch. Und er sagt nur, er kann mit mir telefonieren, weil er hat die Kurzwellen irgendwie... Keine Ahnung, Leitung gehackt. Was weiß ich nicht alles. Ich verarsche jemanden anderen. Du bist in diesem Haus. Kollege. Verzieh dich. Das ist mein Hotel. Und wenn, dann zahl wenigstens. Der verarscht mich doch. Ich weiß, ihr beruhigt mich und danke, Woda. Wir sind alle bei dir. Aber ich wusste es doch. Kommt, ich geh ja nicht... Mikrowelle könnte nützlich sein, um die Bohnen aufzuwärmen. Oh! Kommt schon. Vor allem, wieso dreht sie sich denn so langsam? Das ist auch nicht fair. Immer wieder interessant, wer alles über... Hacker ist in Filmen und Spielen. Über Hacker. Ja, kommt. Der ist doch Hacker, wenn der hier irgendwelche Telefonleitungen hackt. Da ist eine Mikro. Guckt. Ich wusste es doch. I'm Intelligence. Und sie geht nicht. Ich hasse es. Oh Mann. Ist das eine andere Mikro, die sie angesprochen haben? Guckt, ich war so fleißig und habe mir das gemerkt, dass hier eine Mikrowelle steht. Aber die ist nicht eingeschaltet. Kann ich denn die... Warte, da geht das Kabel an. Und da verschwindet es. Wie... Nein, die meinen doch die Mikrowelle unten in der Küche. Oh Gott, wieso laufe ich denn immer so hin und her? Ich lasse jetzt die ganzen Türen. Nein. 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 Ich akzeptiere das nicht. Meine Kids führen übrigens immer eine lebhafte, einsame Diskussion mit dir, während du Zelda spielst. Och, ist das süß! Wer hat die Tür zugemacht? Ich weiß nicht. Ach, die macht sich von selber zu. Okay. Das ist voll süß. Wahrscheinlich sagen sie so, nein, Cersei, dich da lang, du musst dort lang. Nein, Cersei, das ist der falsche Weg. Nein, Cersei, mach das... Was ist hier? Oh, nee. Das ist schon wieder so ein Weg. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich drehe um, ich drehe um, ich drehe um. Bye, bye. So, Michelle, vielen, vielen Dank für sieben Monate. Danke für deinen Sub. Und hey, ich hoffe, dir geht's gut. So, hier muss ich in die Küche und da ist eine Mikrowelle, wurde mir versprochen, hoffentlich. Ich hasse es. Auch. Und gelobt bist du. Und Kochwünsche und alles. Oh, schön. So, wo ist jetzt die Mikrowelle? Wo wurde eine Mikrowelle versprochen? Hä? Ah. Hä? Als ob? Alles klar, Lilly, danke für deinen Lörg. Judith, Hallöchen. Letztens haben wir nachmittags das neueste Video sogar zusammengeschaut. Oh, Lisa, danke. Lady, Hallöchen. Hey, zum ersten Mal. Hallo. Machen wir gerade Essen warm. Zehn Jahre altes Essen. Wie geht's gut? Und dir? Mir auch, bin nur ein bisschen, also mein Herz ist so ein bisschen am Pumpen, weil Horrorgame. Aber schön, dass es dir gut geht. Ich hab zwar so einer, der verarscht mich doch und er sagt nur, er kann mir telefonieren. Keine Ahnung, Leitung gehackt. Ja klar, Leitung gehackt. Alles klar. Also es kann ja kein anderer mit mir telefonieren. Das ist halt das Problem. Nur er. Aber wieso nur er? Das ist halt Suspekt, weißt du? Außer er heckt eine Leitung. Ah ja, lecker. Das schmeckt. Das schmeckt doch. Muck and Lunch. Muck O' Lunch. Gut hat's geschmeckt. So, was machen wir jetzt? Ich akzeptiere nur gute Neuigkeiten. Ich gehe holen. Ich gehe holen. Ich gehe holen. Ich gehe holen in meine room und schreie, wenn das okay mit dir. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Er hat mich gefragt. Er hat mich gefragt. Er hat mich gefragt. Er hat mich gefragt. Das ist eine swear word und du musst nicht hören. Ja. Nicole. At this point, start assessing die generalen des Hotels in deinem eigenes Haus. Jot down what du willst. Ich empfehle. Und du startest von dem Zeug, weil wir haben ja das Hotel geerbt. Da gehen wir nie wieder rein. Ähm, ja. Und sollten wir jetzt einfach mal gucken, was wir überhaupt behalten wollen. Und da oben soll es anscheinend am meisten beschädigt sein. Hallo. Caramel Apple Pie. Hi. Hallo, meine Liebe. Und danke für den Raid. Hey, wie geht's euch? Hallo. Danke für dein Vertrauen, dass du mir deinen Zuschauern vertraust. Ich... Für alle, die mich noch nicht kennen. Hallo, Andi Raider. Fleißig schreibt ihr in den Chat. Hallo. Ich bin die Cersei, alias Playful Dodo und ich spiele eigentlich normalerweise immer Cozy Games. Aber heute ist es mal anders. Heute machen wir ein Horror Game und zwar The Suicide of Rachel Foster. Vielleicht sagt euch das ja was. Wir haben auch erst... Naja, vor einer Stunde haben wir angefangen. Es ist noch nicht so viel passiert, aber es ist auf jeden Fall schon gruselig. Man kann, darf nicht raus, weil Schneesturm. In einer Nacht ein Meter Schnee. Schneesturm. Wir können nicht raus aus dem Hotel, das wir geerbt haben. Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr geht's gut. Was habt ihr denn gemacht? Schaut an... Ja, bitte. Schaut bei Caramel Apple Pie vorbei. So eine Liebe. Ich kann sie nur empfehlen. Und hallo an die Raider. Oh, Lady. Dankeschön für 25 Bits. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, ich wollte das Game auch endlich mal spielen. Kam nie dazu. Also bis jetzt ist es mega spannend, wenn du sowas liebst. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wir sollen jetzt auch in den zweiten Stock raufgehen. Hier ist ja der Overlook. Und in den zweiten Stock waren wir noch nie. Ich habe Sekiro gespielt. Sauschwer. Uh, das wäre mir zu hoch, glaube ich. Ah, ja. Der ist safe mit dir in der Booth. Voll. Also wir telefonieren hier auch für alle, die jetzt wissen wollen, was so passiert. Also wir sind in dieses Hotel, das wir geerbt haben und wir wollen das eigentlich verkaufen, weil wir haben keine gute Erinnerung an unsere Familie und so und an unseren Vater, der hier bis zuletzt gelebt hat. Und ja, jetzt sind wir halt hier ganz alleine. Zumindest wurde uns das so gesagt. Aber wir telefonieren die ganze Zeit mit so einem Mann und sonst kann uns keiner erreichen. Das ist sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Irving steckt vor, dass ich zuerst einen Blick in den zweiten Stock wäre. Genau, das ist dieser Irving. Der ist sehr seltsam. Ich kann auch hier nichts aufmachen. Ich muss leider fixen. Ja, mach das! Geh ins Bett. Gute Nacht und danke nochmal für den Rade. Schlaf gut. Schlaf gut. 5.30 Uhr, das ist früh. Ich muss morgen auch früh raus in die Uni, aber ich habe mir gedacht, das ist okay, wenn ich müde bin. Da kann ich mal in dein Zimmer. Es ist so ekelhaft. Es ist einfach grausig. Gerade eben sind wir übrigens auch schon in der Kühlkammer eingesperrt worden. Also ganz nett. Ich bin extra rückwärts reingegangen, weil ich mir dachte, irgendwer schließt jetzt die Tür und irgendwie habe ich so ein Gefühl. Also wer das Spiel kennt, bitte nicht spoilern, aber ich habe so ein Gefühl, dass das hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich kann das nicht lesen. Das ist zu verschwommen. Das war gerade nicht im Game. Ich bin ja nicht oft allein zu Hause, aber heute bin ich allein zu Hause. War gerade was? Ich schwöre. Irgendwas ist da hinten gerade runtergefallen. Nee, der Kinofilm ist nicht vorbei. Der dauert drei Stunden. Also Daniel ist nämlich im Kino und ich bin allein zu Hause. Normal bin ich nie allein zu Hause. Okay, aber das hier macht auch komische Geräusche. Aber das war gerade ein Geräusch, das war wirklich bei mir hier in der Wohnung. Nee, in der Tür hat keiner geklopft. Ersiegelt. Hier bin ich. Was ist das? Der Haul ist auf der zweiten Knochen. cut-off. Der Knochen ist der Knochen. Ihr Vater startet renovations, aber er hat nicht den Bank Loan und hat zu stoppen. Leonard's attic ist am Ende der Knochen. Das ist Mann-Cave. Das Mann-Cave? Das ist etwas zu dir? Ich versuche, so hart zu vergessen über das das Knochen für Jahre. Nö. Sag mir die Wahrheit! Bist du hier? Bist du hier? Ja. Kann ich abheben? Kann ich. Ich kann nicht. Hör auf zu quasseln! Juhu! Who the hell are you? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. Fuck off! What? You think you can call my house and threaten me? Come tell me to my face, asshole! Rachel is still there? Die Rachel? Ich kann doch mit dem Auto draußen fahren. Der verarscht mich doch. Es ist ja Traumwetter. Was ist hier mit Sturm? Kommt, wir gehen jetzt ins Auto. Das kann doch nicht sein. Ja. Wir gehen jetzt. Holen ins Auto und hauen ab. Ja? Du! Wahrscheinlich. Raus hier! Raus! Au! Das ist geil, Loren! Ah, das ist gut. Wahnsinnig. Was meinst du? Das ist voll creepy. Das ist ein Traumwetter da draus. Geschiefer. Ja, eher wahrscheinlich. So ist es richtig. Äh, wir hauen jetzt ab hier, habe ich mir gedacht. Oh. Nein! Ich will abhauen! Nicht Tag drei! Nein! Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja, Tag drei, wir haben es verstanden. Also. Also. Hä? Achso, in meinem Kinderzimmer. Also, Daniel ist doch nicht am Nachhauseweg. Äh! Weird. So gut habe ich es seit Jahren schon nicht mehr geschaffen. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Ich kann mich nicht erinnern. Wieso sollte ich ihm das erzählen? Ich kann mich nicht erinnern. Wieso sollte ich ihm das erzählen? Okay. I need you to pay attention though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Warum überrascht mich das nicht? Oh, I wonder why that doesn't surprise me. The electricity generator could go bust. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We need to do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. We started. Too easy. Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door or from the floor you're on. But? The garage's side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. Alright. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if you left anything you can use for lighting. On my way. I don't like it. I hate it, hate it, hate it. Oh oh. I need something for lighting. Bitte. Magazin. Ne, ich brauch... Ich brauch was zum... Leuchten. Abstellkammer. Ist das nicht das hier? Polaroid ansehen. Drücke um auszurüsten. Was soll ich drücken? Ich kann zoomen. Kann ich's ausrüsten? Nein. Stretch. Äh... Kann mir mal jemand sagen, was das für ein Switch-Knopf ist, den ihr da meint? Coles, den gibt's nicht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ah! Doch, den gibt's. Ew, muss ich jetzt immer das machen? No, weil ich kein... keine Lichtquelle hab. Ewing sagte, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock ausbetreten muss. Die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock. Wo ist denn hier ein Personalbereich? Erster Stock ist First Floor, oder ist das der zweite Stock? Hilfe! Hilfe! Hoppala. Bridge, Kitchen, Office, äh... Fireplace, Wallroom, Restroom, Dining Room. Ich brauche Licht! Oh, das ist mies! Ich schwöre, sind das die Game Sounds? Oder ist das bei mir hier in echt? Das ist so gemein. Habt ihr das gerade auch gehört? Oh, ich hasse es. Das ist im Game, okay. Das ist voll gemein. Aber wo muss ich denn hin? Hey, okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawlspace is. What a professional tone. Yeah, I use it when I want to make a good impression. You're the only human being I can interact with while I'm hostage here. Whatever you say will impress me. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. Alright, doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. Yeah. Rüst es doch aus, Mädchen. Mädchen! Schalt es doch an! Hä, das ist ja genau so mies. Das bringt mir doch gar nicht mehr. Ja, Zwischendecke. Wo muss ich jetzt hin? Zwischendecke? Was ist das überhaupt? Nee. Ich weigere mich. Wer hat sich denn sowas, du, was überlegt? Ich weigere mich. Gott. Museum. Okay, das war's. Museum. Ja? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Schimmel. Da ist die versiegelte Tür. Achso, da war ich ja eh schon. Ich verstehe es nicht. Bin ich falsch gelaufen? Macht ja noch schlimmer. Ja, voll. Schlimme Geräusche. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Weil er hat ja nicht gesagt, ins Museum, sondern in die Zwischendecke. Was auch immer eine Zwischendecke ist. Aber es hört sich nicht komfortabel an. So. Was ist das hier? Ist das ein Raum? Ein Zimmer. Okay. I see. Ach, hier. Nee, nee, Personalbereich ist das hier. Er hat ja gesagt, im Personalbereich finde ich die Taschenlampe. Ist das die Zwischendecke? I don't know. I don't know. Nee, wieso gibt es denn keine genauere Erklärung, Mann? Diese Taschenlampe hatte ich erst genau gemacht. Ja, voll. Auch die... Ist das so eine zum Drehen? Die hatte ich auch. Erst den Stock ausbetreten muss. Etik. Ich bin im zweiten Flur? So, weil ich hier hochgegangen bin. Das wollte ich ja gar nicht. Das ist so gruselig hier. Ist das das hier? Ich weiß es ja nicht. Hier geht es halt wieder runter. Das ist auch nicht das, oder? Komme ich da einfach runter? Ja. Ich mache einfach überall die Türen auf. Dann weiß ich, dass ich da schon mal war. Ja, in Zwischendecke sind die Wände. Das habe ich eh schon gesehen. Auch vorhin mit der blöden, blöden Kirche. Okay, also er hat ja gesagt, ich muss die Zwischendecke betreten. Hier. Oder? Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock. Das ist ein... Stuff Quarter. Das ist ein Personalbereich. Wir sind im ersten Stock. Kann nur hier irgendwo sein. Hä? Bin ich dumm? Ach, ich blende mich. Kann ich nicht rein? Kann ich nicht rein? Wo die Tür versperrt ist? Meinst du das? Ne, da ist ja keine Tür. Das ist nur eine ausgehängte Tür. War das hier? Oh mein Gott. Hier ist es. Nö. Ey! Ey! Nicht gemein werden hier. Das ist ja sowas von ungemütlich. Ja, klar. Ja, sowieso. Wieso denn nicht? Ja. Ja. Strom ist ausgefallen. Komplett jetzt. Ja, ja. Ihr Prophecy kam true. Die Power went out. Es ist komplett schmuck. Pitch black. Okay, stay calm. Kannst du sehen die Bundle von Kabel auf der Kopf? Anyway, da muss man ein Kabel auf dem... Ja, ich weiß, was ein Bundle ist. Okay, okay. Easy does es. All du musst tun, ist folgen sie, und du bist in der Generator Room. Nicht gehen die anderen Seite, sonst wer weiß, wo du endest. Perfekt. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yep. Easy does it. Also Leute, ich liebe ja Sherlock Holmes und so. Ist euch in dem Gespräch jetzt was aufgefallen, was er gesagt hat? Mir ist da nämlich jetzt was ganz komisch vorgekommen. Also ein Satz, den der gerade gesagt hat, war richtig weird. Und zwar, geh ja nirgends anders lang. Man weiß ja nicht, wo du dann hinkommst. Der ist doch hier im Haus. Ich schwöre euch. Der ist doch hier. Der bewegt sich wahrscheinlich in diesen Zwischenwänden. Um uns hier eins auszuwischen. Lippenstift. Okay, sie sagt nichts dazu. Schraubenzieher. Brauche ich doch fix auch mal. Ja, läuft wieder, oder? Ich soll das überprüfen. Irgendwas stimmt nicht. Was denn? Was ist denn? Leuchtet eh alles grün. Alles gut, Mädchen. Ganz ehrlich, wieso bin ich nicht einfach hier und? Achso, weil ich keinen Schlüssel habe. Wo ist denn der Schlüssel? Kann ich den gleich mal mitnehmen hier? Bitte? Danke? Nein? Wieso sagt sie denn auch nichts? Hä, warte mal. Wo bin ich nochmal raus? Eh hier. Wieso komme ich nicht mehr zurück? Okay, irgendwas muss ich hier finden. Ein Hammer. Ein Hammer wäre auch nicht schlecht. Wieso kann ich auch den Lippenstift nicht aufheben? Ach doch. 2003 ist... Das ist so eine Erklärung. Das ist so eine Erklärung. Das ist so eine Erklärung. Ich bin nicht mehr dran. Ich bin nicht mehr dran. Ich bin nicht mehr dran. Es wurde... Ich weiß nicht. Nein oder zehn Jahre. Das ist cool, der Link. Na ja. Nee. Nee. Du verarschst es doch. Oh ja, jetzt geht es auf einmal auf. Ja, klar. Sass. Also wirklich sass. Also der Typ. Nee. Ganz bad vibes gibt der mir. Also wirklich. Der hat doch was. Dann witzelt der wieder so herum. Dann ist er wieder ernst. Dann checkt er wieder mal gar nichts und stellt sich auf dumm. Wieso bin ich denn jetzt hier wieder gelandet? Ich will auch schon wieder. Ich will nicht mehr. Ich muss dich über etwas sprechen. Ähm. Nicht? Hä? Hinweise. Ah. Ich mach hier Hinweise. Pastor Foster Lipstick. Der ist ja wirklich wie neu. Und Lennarts Buch. Lennarts Buch. Hier bin ich. Du hast mir gesagt, dass du kennst. Lennart. Ich dachte, wir waren über das. Lass mich über das. Ich habe die Nacht überraschend durch sein, und ich möchte wissen, was du denkst. Über was? Du wirst sicher wissen mehr über dieses Ort als ich. Über was hier passiert, seitdem ich bin. Was bedeutet, dass du überraschend durch sein? Was hast du für? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich bin ein Film von Sherlock Holmes, habe ich gerade eben schon gesagt. Ich habe immer ein Schweres gefühlt für Sherlock Holmes. Ja. Ich habe mich überraschend. Ich höre, was du denkst. Ich habe eine Sache, was du mir erzählt hast, ist, dass du, was du wirst, was du wirst. Du musst, was du wirst, was du wirst. Du kannst, es vielleicht nur ein Verrückung, aber wenn du die Beine verbunden hast, dann wird es Sinn. Und jetzt, ich habe jetzt ein Bee Hive in meinem Haufen. Lennart. All right. Let's go hunt some bees, dann. Red Doll Irgendwas an Rages Geschichte stimmt nicht. Ich muss den Hinweis in Lennerts Zimmer nachgehen und das herausfinden. Ich kann mich nicht mehr überraschend denken, dass der Vater von Rachel. Reverend Foster. Er war ein sehr starker Mann. Schmerz. Auch für die Pfarrer. Er und Leonard haben lange Zeit überrascht, die Natur der Realität, der Universität und Gott. Also, die Begründung oft erweitern. Du hast ihn nie gesehen? Ich mag keine Pfarrer auf mich, wiegt er wie ein Alien. Ich weiß nicht, Lilly. Hey, hey, nein, nein, aber sogar Reverend Foster ist ein Spieler, den wir in dieser Geschichte nicht überprüfen sollten. Ich sage nur... Äh, genau. Also Lilly an die YouTube-Psyche, Lilly ist im Chat und Lilly schreibt, warum sagen wir denn alles? Unser Charakter ist ganz schön dumm. Also naiv trifft es da eher, ja, das stimmt. Also naiv auf jeden Fall. Aber ich muss dem alles melden. Ich hole mir mal kurz was zu trinken. Ich konnte gerade nicht auswählen, was habe ich denn gesagt? Hey, I found a book in Leonard's Things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel, or Rachel is sad, or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed eight years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. There steht, can't see your smile, honey. I heard you, Rachel. You were right behind me. Rachel said, Rachel says she feels alone. Love you, Rachel. Rachel doesn't want to do her speech therapy exercises. Speech therapy exercises. Wie wenn er über ein Kind sprechen würde. Hier, das war alles. Noch was? Verleumdnung. This is just the beginning. Das ist erst der Beginn. Okay, you will pay for what you have done. Du wirst bezahlen für das, was du getan hast. Also ich bin ja auch am Aufräumen und am Abräumen. Ich habe die Poster. Esoterikbücher. Ich habe die Poster auch abgenommen. Missing? Achso, das sind auch Hinweise. Ah, Leonie, kannst du, Little Princess, die Punkte zurückgeben? Es tut mir leid. Ich habe leider keine Reiswaffen mehr und die waren ausverkauft. Ich wollte die eigentlich nachkaufen. Am Sonntag habe ich gemerkt, dass ich keine mehr habe, aber leider sind die ausverkauft. Danke, Leonie. Aber sobald es die wieder gibt, hole ich wieder welche. Geschichte einer Freundin. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was M.T. Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. Hm. Äh, Sinja, ich spiele das Game heute durch. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay. I'll hear you out. Hm. Ansehen. It shocked the entire building's heart. Es hat alles schockiert. The principal told us today. Der Rektor hat uns uns heute erzählt. Es fühlt sich so schwer an unseren Seelen an. Alle sind stark betroffen. Wir wollen nur, dass du weißt, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Und du kannst immer eine Familie in der Helena High School finden. Helena High School Studenten sagen auf Wiedersehen. Goodbye. To Rachel, weil die ja sich leider umgebracht hat. Hier auch Daily News. Is she really dead? I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was nine weeks pregnant. Huh. Yeah, that was the official version. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Uh, today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Bis ich weiß, was genau passiert ist, wirst du mich etwa aufhalten? You'll have to get out of this phone thing and drag me into town. You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. Rachel's handy. Sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. And once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me. At least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford. This bit of advice. I'll follow it to the tea. Mach da zu. Mit dieser Creep hier nicht reinkommen. Muss ich wieder Gitarre spielen? Nee, es geht automatisch. Nee, nee, ich darf nicht spoilern. Nee, Lina spoilert schon nicht. Und wenn nicht, lese es wahrscheinlich gar nicht, weil Leonie direkt bannt. Oh, ein Traum. Oh, mein Vater ist das. Daddy, is that you? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness. Even if those stars have died millions of years ago. Is this really, is this really? Is it you for real? Are you real? Their light is alive. And it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. I understand. What are you trying to say? What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweet bean. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you, too. Say it again, please. I love you. Rachel. 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 Der Typ hat mich auch Curly by genannt. Und ich hätte gedacht, er hatte eine Affäre mit Rachel. Und jetzt ist das doch... Jetzt hat er die Tochter genannt. Oh, warte. Ist das so eine Inzest-Story? Oh, Mann, nein. Oh, was war denn das für Mann, bitte? Oh, Mann, nein. Und ein frothy cappuccino, italien-style. So, the usual frozen beans. Sharp as a tack. As always, agent. Uh, I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Uh, wait, wait. Where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay, okay. It's, um... It's VHS of the behind-the-scenes of a TV broadcast. But it's all bullshit just to attract an audience. Trust me that... Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Yeah, but they're coming off the point. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. Uh, with these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Ghostbusters! Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but, uh, they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timber line, too. Whatever, let me hear it. Okay. So, Brandon, vielen, vielen Dank, wieder in Stufe 1, ab. Ich danke dir. Okay, 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 the lights look good. How about the headphones? I don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones are better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy. Where terrible lies were played out. I don't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen? I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 117. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's getting off a glare and burns out the same... I told you, no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap, you freaking me... Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear, I... Dad, stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, uh... 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. I know. I know. I know. I know. I found the room. But... But someone barricaded it with an L bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Yo. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but... I don't remember where. Yeah, I don't remember where. Probably in the basement. Yeah. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Yeah, yeah. Ich hab einen gesehen und ich hab vorhin schon gesagt, nimm ihn mit. Und was hat sie getan? Nicht das, was ich gesagt habe. Ha. Ja. Also Leute, merkt euch, ihr solltet immer auf mich hören. Shit. Aber was das angeht, schon. Nope. Tschö mal. Ach, ich liebe Keller. Katzen sind unabhängige Tiere. Ja, Lena, das war ziemlich grad ziemlich auf, äh, runtergesetzt, das Spiel, das stimmt. Das war grad voll im Angebot. Aber ich weiß nicht, ob's noch immer so ist. So, ich hab den Screwdriver. Ich geh wieder hoch. Ich hab keinen Bock mehr auf Keller. Welcome. Hätt mal auch ein bisschen hübscher machen können. Vor allem den Keller hätten wir hübscher machen können. Vielleicht ein bisschen Farbe streichen oder so. Keine Ahnung. Ein paar Fenster einbauen, obwohl das ist ein Keller. Naja. Trotzdem. Hab ich die Tür nicht eigentlich zugemacht? Tja. Sowas. Oh, falsch, 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 falsch. Hier lang. Dann hier. Also, Ellie glaubt, das ist eine geheime Tochter, weil es vom Alter her passt. Das kann auch gut sein. Aber es wurde uns ja von Anfang an gesagt, dass unser Vater die Affäre hatte mit so einer jungen Frau. Und das ist irgendwie alles creepy, wenn das jetzt seine Tochter sein soll. Everything is creepy. Das Auge eines Mörders. Die Augen eines Mörders. Ach was. Wölfe sind voll coole Tiere. Was sind da Menschen? Die essen auch die ganze Zeit Fleisch. Wie lange die brauchen. Oh. Da waren die Geisterjäger hier drin. Guck mal. Hohl Spiegel Mikrofon. Das hat mich jetzt mitgenommen. Das kann ich jetzt ausrüsten. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt kann ich auf Geistersuche gehen. Oh, es ist creepy. Hallo? VHS-Krassette. Kann ich die anhören? Kann ich das irgendwie einstecken? Nope. Bild melden. Haben die noch ihr Zeug gelassen? Das sieht echt so aus, als wären die richtig schnell irgendwie abgehauen. Oh Mist. Have you seen this person? Die war voll hübsch. Green shirt and jeans, brown and a rug. Die haben dann ihren Körper gefunden. Also ist man eigentlich sicher, dass es ein Selbstmord war? Ich will hier jetzt nichts irgendwie, keine Vermutungen anstellen, aber wenn die zuerst verbisst war und dann hat man nur ihren Körper gefunden, wie kann man da eigentlich Fremdeinwirkungen ausschließen? Rauchen ist nicht gut, Leute, für euch. Lasst es einfach. Meine Probieren kam das ja mal, habe ich auch gemacht, aber ich kann die Zigaretten, die ich geraucht habe, an einer Hand abzählen. Jedes Mal war es einfach nur eklig und ich habe es danach bereut. Wieso sind denn die so schnell abgehauen? Die Lampe auch noch auf den Boden geschmissen. Aber sie leuchtet noch. Und zwar ohne Kabel, sehr realistisch. Die hat aber eine Batterie, die möchte ich auch gerne haben für meine Lampen. Lass uns einen Blick ins Zimmer und auf die Ausrüstung werfen, die diese Idioten zurückgelassen haben. Ja, wir könnten eigentlich das mal ausrüsten, das hier. Das ist so fast das sauberste Klo, das ich hier betreten habe. Leute, nicht spoilern, bitte. Keine Ahnung, ob das ein Spoiler war, was Leonie gerade gelöscht hat, aber Leonie war mit irgendwas nicht zufrieden. Eine Flasche. Ah, okay, ein Bot. Ein Bött. Ein Böttchen. So, und jetzt? Irgendwas habe ich noch nicht gefunden. Was muss ich noch? Ah, Kamera. Ach, wartet mal. Kann ich eine Videokassette? Hier. Nee, kann ich das nicht reinschmeißen in den Fernseher? Ach hier, jetzt kann ich es benutzen. Oh, wie fies. Geh, schiff, schiff. Did you calm down yet? Quit playing dumbass jokes. What does that guy do all day? Who, you mean the owner? Leonard, the freak? Uh-huh. I don't know. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, better, Raz, we've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone's talking to themselves. I see you smoking good stuff. It is definitely a good thing. Did you see his face? His missing couples ears. Sounds like a woman's voice. A girl. I'll bet living alone in a place like this all winter, he can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I paid you to do your job, not jerk around. Fuck off Stan, what do you think I'm doing? It's a mess here, nothing's working. There's voices. Listen Danny, cut the crap. I'm gonna go have a seat, and if you don't figure it out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I saw something! You're not taking it. No, I mean, for real! What? What the? No, I'm here, I'm telling you! What did you guys say? It looks more like a, like a... Oh my God! Oh my God! Oh! It moves! Oh God! Yes, I'm telling you! Oh shit, you're not! I can't find the keys! Oh God, this place is up! He's alive! He's alive! He's alive! The light, the light, the light! Go! 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 Get up! Get up! Go! 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 Halt! Go! Go! Ganz ehrlich, so ständig, wir Influencer in the Lost Place 4 total überdramatisierend alles. Die Tür hat sich gerade bewegt. Ich habe nichts auf der Checkliste. Kann ich noch eine andere Kassette reinmachen? Also die sind wirklich tatsächlich so schnell abgehauen. Oh mein Gott. Ey, das Spiel macht mich fertig. Ich glaube noch immer, dass der Typ hier ist und der die ganzen Sachen macht. Warum ist das Englisch? Naja, es ist eh auf Deutsch übersetzt. Halt nicht die Stimmen, nicht die Synchronsprecher. Aber das liegt einfach daran, dass das Game einfach die Entwickler nicht so viel Geld hatten, um Synchronsprecher für jedes Land zu zahlen, denke ich mal. Es ist Weihnachten, Leute. Wir feiern hier jetzt tatsächlich Weihnachten. Oh Mann, oh Mann. Melden. Was ist Apfelfein? Welcher Tagesheuer? Ach, das ist creepy. Nee, ich will nicht Danke sagen. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben uns nicht getrunken. Da kriegst du mir irgendwas. Ja. 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 Ah. Ich will gar nichts davon sagen! Hier bin ich. Ich bin ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich Weihnachten wie dieses Weihnachten würde. Entschuldigung, ich war auf eine andere Nachfrage über die Geschichte von Nicole Wilson. Weihnachten ist die richtige Zeit, um zu reminisz? Ja. Ja. Ich verstehe, auch. Ja. Das ist das, was es in der Ende war. Es war eine strange Art von Worms. Dann es all ended. Christmas of 80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, uh... Hey. Did you hear that? No. What are you talking about? Like a... clinking. Uh... No. I-I don't hear anything. Wait there. I definitely heard something. Uh... Okay. Okay. Die hatte sogar... Also, die war sogar schwanger und hat sich umgebracht. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich... Aber wann war das dann? Das war ja dann schon ewig aus, oder? Ich musste ihm folgen, ja. Also, ich hab ja so ein Gerät jetzt. Wartet. Ja. Ja. Da wurde sie sich hin. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ja. H-I-I was thinking about earlier, when I said I was happy to have met you. Uh-huh. Und, I just... I-I-I was trying to figure out what you're gonna say. Ich hab mir das Gefühl, wie ich dich erzähle. Ich fühle mich sehr nah an, Nicky. Gott, ich höre mich zu sprechen, ich klingt wie ein Idiot. Das ist sehr süß, aber vielleicht sollten wir diese Konversation aufhören. Ich will da sein, um dich zu helfen. Ich bin nur eine sinnvolle Sprache auf dem Micke. Ich glaube, in dem Moment würde ich auch ein bisschen mehr... Presence. Sie wissen, die Leute sind sehr nahe. Sie wissen, dass ich das Geräusch habe. Ich versuche, dass ich das Geräusch habe. Oh, genau. Ich verstehe, dass ich das Geräusch habe. Sorry, ich bin ein Klutz, und manchmal ist es... Irving, bitte! Shut up! Danke. Wir werden zurück, aber lass uns das herausfinden. Wo ist das Geräusch gekommen? Ich höre nichts. Anyway, um... später. Hallo, Wampenklatschung. Das ist so spannend, ja. Ich kann auch nicht mehr, ey. Ich werde das ganze Hotel ausräuchern! Ja. Du solltest gesehen haben, die Ballroom zu sehen. Ich kann es mir vorstellen. Die letzte Zeit, Rachel's Familie war da. Reverend Foster... war nicht so sullen als usual. Und deine Eltern? Meine Mutter hatte nur die Augen für Leonard. Und er... Ich sehe, dass er nicht stoppen würde, dass die Frau... die Frau... Sie... ... sprach und bewegt mit der Liebe und der Hoffnung von einer Menschheit. Sie hat eine Kleine mit einem Bein. Sie war so schön. Sie war so schön. Fuck. Es war der Anfang der Ende, und wir waren die Champagne. Niki... Ich... Entschuldigung. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich... 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 Okay. Also... Hallo Dark Soul. Ähm... Das ist ein Horror-Game. Wir haben ein Hotel geerbt. Unser Dad ist... Böser... Und... Gewesen. Und... Es ist einfach nur gruselig. Und wir reden mit einem Dude, mit dem wir... Nicht wirklich... Also... Ich vertraue dem irgendwie nicht. Wir können nicht nach Hause, weil es ist Schneesturm. Das war die Kurzfassung. Aber creepy ist das schon. Was war denn das für ein Geräusch? Hat sich angehört wie so ein... Wie so ein Windspiel. Ist der Chat immer so still? Der Chat... Ist einfach so gespannt. Die gucken einfach gespannt zu. Gespannt zu. Und so ruhig finde ich den gar nicht. Nein. Wieso bin ich denn in der Kirche? Ähm... Wieso bin ich denn in der Kirche aufgewacht? Jesus. Das ist ein Kreuz. Das ist nicht... Jesus. Ey... Was? Ich kann die Karte nicht nehmen. Ja. Zurück. Wie kam... Hä? Bin ich denn da überhaupt hingekommen? Bin ich schlafgewandelt? Hat mich da jemand hingetragen? Ey, ich schwör, wenn der das... Wenn das der Typ ist. Ich sag's euch. Ich hol das Messer von der Küche. Oh, da ist ein Wäscheraum. Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum wir nie duschen waren. Wir haben das Wasser aufgedreht und waren nie duschen. Was ist hier? Ach, Wäscheloch. Ich kann auch immer nichts öffnen. Ach, da sind die Restrooms. Da war ich eh auch... Ähm. Wandalismus. Okay. Okay. Wenn's nur das ist. Wiemann? Wieso macht man das rote Badezimmer? Okay, ja. Das waren andere Zeiten. Ich versteh's ja. Wie geht's zurück? Mal zurück. Mal zurück. Da, oder? Da ist mein Büro. Mach mal auf. Ach, da ist das Zimmer. Okay. Ja, gut. Oh, da ist ja auch ein Fernseher. Ein Fenster zur Außenwelt. Okay. Okay, okay. So, da komm ich wieder zurück. Keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Spielst du sowas öfter? Eigentlich noch nicht. Das ist so... Ja, House of Ashes haben wir damals auch gezockt. Aber das ist auch schon lange her. Ich... Hätte ich in der Kirche noch irgendwas tun müssen? Weil sie jetzt nicht spricht? Sag mir nicht, ich muss zurück in die Kirche. Weil dann dreh ich durch. Hätte ich dort irgendwas triggern sollen? Nein, bitte lass das. Ich will das nicht. Warst du vorher schon in den Restrooms? Nein. Muss ich wieder zurück in die Kirche? Wir lesen uns am Sonntag. Hekt doch gut die Nacht. Schlaf gut. Dachboden, da war doch der Vater immer. Ja schon, aber ich kann grad gar nichts drücken. Ich kann meine Karte auch nicht öffnen. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich in der Kirche was triggern müssen, oder? Also ich kann halt hier die Karte sehen, aber das war's dann. Normalerweise kann ich eine Karte öffnen. Und der Du trifft auch nicht an. Muss ich zurück? Wenn ich frage, muss ich zurück in die Kirche, dürft ihr ja oder nein antworten? Das ist dann kein Spoiler. Nein. Okay. Zum Glück. Okay, dann gucke ich einfach hier rum. Oh. Ey, wo geht's nochmal hoch? Da. Achso, Anruf-Bandredger. Blinkt da was? Könnt ihr hier auch mal gucken? Ne, alles klar. Anwalt hat mich angerufen. Hä, der Anwalt wollte der nicht... Leute. Der Anwalt hat mich angerufen am ersten Tag. Wir haben mittlerweile Tag sieben. Und der Anwalt hat gesagt, er kommt in ein paar Stunden vorbei. Das stimmt doch was nicht. Dass sich der jetzt sieben Tage nicht gemeldet hat. Genau. Wo ist unser Burger? Der hat uns einen Burger versprochen, der Anwalt. Ich muss jetzt die ganze Zeit Dosenfutter essen. Wo ist... Wo ist mein Burger? Ich will meinen Burger haben. Boah, ich könnte Daniel anrufen. Er soll mir einen Burger mitnehmen. Zu Gustav, einen Burger. Wie kommt man überhaupt auf den Attic? Ich kann ja nicht mal die Karte aufmachen. Da ist ja das Museum. Daniel ist mein Verlobter. Der ist gerade im Kino. Und ich könnte ihm sagen, er soll mir Burger mitbringen. Genau, hier hin. Keine Ahnung, ob ich das hier richtig mache. Aber ich war hier ja noch nie. Hä? Oh ja, Burger ist immer gut. Okay, jetzt bin ich hier wieder in dem Angestelltenbereich. Echt, wie groß ist dieses Hotel? Krieg Hunger? Macht er bestimmt? Er macht das hundertprozentig. Burger klingt super. Ich schreibe ihn mal. Also er bringt mir ja sowieso Popcorn mit, weil ich liebe Popcorn aus dem Kino. So, ich habe ihn mal geschrieben. So, okay. Ihr dürft mich jetzt spoilern, wo muss ich hingehen? Ich will den richtigen Weg wissen. Achso, ich hätte ja auch dieses... Achso, nee, das kann ich auch nicht... Master Suite, okay. Kann ich hier ja noch lang rumlaufen. Klos. Ich war ja schon in dem Klos. Ich habe es gehört. Kabinen sind interessant. Okay, ich gucke mir mal die Kabinchen an. Lalalalala, ich gehe ganz allein durch mein Hotel, das seit vier Jahren komplett verlassen ist. Ja, ja. Was macht ihr so an eurem Donnerstagabend? Wieso ist hier eigentlich ein Schuh? Kletterstiefel. Okay, alles klar. Ich gehe jetzt mal zu den Kabinen und dann gehe ich in mein Bett zurück. Wenn hier jetzt ein Jumpscare kommt, ich schwöre es euch, Leute. Ich schreie euch die Ohren voll. Wandelismus, das kennen wir ja schon. Ne. Nein. Ich sage nein. Das ist doch immer die dritte, oder? Ja. Und Kreuz? Jesus. Jesus. Jesus ist wieder da. Benutzen. Achso, das ist die Tür. Bye, bye. Serka. Habt noch einen schönen Abend und schlaft gut. Ja, also there is nothing. Ich kann da leider nichts nichts sehen. Gehe ich jetzt in mein Bett, huschiges Bett zurück. Ich sollte meine Fachmaturitätspräsentation üben, aber mache ich morgen dann. Schau dir lieber entspannt. Ich habe auch morgen eine Übung. Da müsste ich wieder rechnen. Aber ich war letztes Mal auf der Tafel, also mache ich für mir für morgen keine Sorgen. Ich rieche Figgis already. Echt, diese Geräusche könnt ihr euch sowas von ersparen. Das ist... I don't like it. Don't do this. Ich muss nicht in die Wand gehen. Glaube ich nicht, Ruki, weil das wurde mir nie gesagt. Oder? Also ich bin jetzt wieder in meinem Zimmer. Und das habt ihr gemeint, sollte ich tun. Deswegen bin ich jetzt wieder hier. So. Hier. Da ist mein Zeug. Ach, das ist ja klar. Ich bin schlafgewandelt. Hatte nichts dabei. Ich bin so dumm. Ja, klar. Hey, ist alles okay? Ja. Ich meine, ich glaube nicht so. Nein. Was ist passiert? Ich denke, ich schlauze. Wie in den alten Laurel und Hardy movies? Ich bin ehrlich. Ich wundere in der Kirche, standen in fronte der Lektorin. Wow. Das passiert viel. Nein. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Okay, hier ist Rudi. Ich will nicht zurück. Aber ich will denken. Oh, äh. Irving? Ja? Freue ich. Merry Christmas. Merry Christmas. Nikki. Okay, ich konnte da gar nicht rein, weil ich hatte ja gar nichts bei, wegen Taschenlampen und so. Ich konnte gar nichts sehen, deswegen. Aber ja, ist klar, ich musste mein Zeug holen erst. Wo ist die Karte? Hallo? So. Ich muss zurück zur Church. Darauf habe ich keine große Lust, aber mein Schlafwandel muss ein Zeichen sein. I hate it, hate it, hate it. Uh-oh. Wieso immer ich eigentlich? Wieso nicht mal der Irving? Wieso kann der eigentlich nicht zu mir kommen und das alles erledigen? Aber ich glaube, der verarscht uns hier einfach. Das ist einfach... Ein Wicht ist der. Ein Wicht. Der veräppelt uns. Aber er muss ja auch in irgendeiner Beziehung zu uns stehen, wenn er das macht. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn, dann müssen wir das schon ganz durchdenken. Du glaubst also nicht, dass ich zurück bin? Wie komme ich da noch mal hin? Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right, all right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that. Something she didn't get elsewhere. Including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking a part and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. Hmm, no. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. A Orgel. Jesus. A Rednerpult und da sind Schlafsäcke und da habe ich Schleifspuren gesehen. Und komische Geräusche. Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round the corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open to if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's I I I So I'll call you if anything comes to mind. Leonie, wenn du schlafen musst, bitte geh, wenn du morgen fahrst und nahrst. Mach doch, ist ja gar kein Problem. Der Chat ist eh so lieb. Hier sind mega creepy Sounds und ja, jemand hat den Chat geschrieben, wieso sind da keine Spinnweben bei den Gängen? Das ist eine gute Frage. Ich stehe ja nie draußen. Aber es ist doch gar kein Sturm mehr. Wenn ich das Rätsel löse, kann ich vielleicht die alte Abstellkammer finden. Welches Rätsel soll ich lösen? Ich hab's nicht gepeilt. Ich hab nicht so gut aufgepasst. Oh Mann. Kann ich vielleicht halt einfach... Welches Rätsel? Ich hab nicht aufgepasst. Leider. I need help from the chat. Ich hab wirklich nicht aufgepasst, Leute. Wisst ihr, was ich tun muss? Selbst die Spinnen haben Angst. Ja. So ist es. Ich hab halt wirklich nicht aufgepasst. Es tut mir auch echt leid. Aber ich war zu beschäftigt, weil ich mich hier umgeguckt hab. Muss ich mit der Organs spielen? Ah ja. Was? Das stimmt doch gar nicht. Das hab ich nicht gemacht. Ey, der hört mich. Der ist doch hier. Der will mich doch verarschen. Ne. Wer hat das gehört, weil er da ist. Ich weiß nicht, wenn ich es nicht sinnvoll ist. Sie weiß nicht, wie sie lachen, aber sie hat eine wirkliche Sprache für ihn. Ich war die Illiterate Arte in der Haus. Wenn Rachel gewesen wäre, hätte sie im Provinz von Beethoven 9. Was sie so perfekt? Ja. Ich bin nur jetzt nur so glücklich, wie stolz ich war. Keep looking. Was findest du? Die Schilderungen der Saints. Ich war überzeugt, Leonard hat sie getötet. Warum? Er liebte, dass es mehr möglich ist, dass Gott in einer Supernovae zu finden, als in einer Kirche zu finden. Ich weiß nicht, was er hatte mit dem Reverend Solomon Foster. Sie sprachen meistens für lange Stretze, in-between chess moves, in der Atticke. Uniertet mit Pawns und Bishops, aber dividet mit den Saints. Dividet mit alles andere, würde ich sagen. Was ist, wenn das der Vater ist? Weil wir waren ja auf dem Style einer Beerdigung. Der hört mich. Der hört mich. Soll ich hierher untersuchen, bis ich ein Geheimgeist bekomme? Kannst du dich fragen? Kannst du dich fragen, über deinen mysteriösen Vater, den du nur erwähnt hast? Mein Vater war nichts wie Leonard. Ich weiß nicht, was zwischen dir passiert, aber wenn du darüber sprechen möchtest, ich... 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 Ich werde. Aber nicht jetzt. Es ist... Es ist kompliziert. Soll ich hierher untersuchen, bis ich einen Geheimgang finde? Echt jetzt? Was meinst du denn mit meiner Freundin, Ruki? Okay. Der schmale... Es muss wieder zurück. Ja, ich weiß nicht mehr, wie das Rätsel geheißen hat. Deswegen ist das gerade ein bisschen tricky. Die Kinderzeichnung ist hier auch komisch. Es sollte nicht Kinder lang gehen. Hä? Oh. Ah, da geht... Hä? Oh nein. Oh, shit. Oh, shit. Wieso ist da ein Kinderzimmer? Und mein Herz klopft voll nötet es. Doch, eingesperrt. Das hier zeigt mich von ihr. Ich schaue mich an. Ich bin sicher, dass ich eine Explanation habe. Aber meine andere Hand ist auf der Red Phone. Es bleibt da, aber nicht die Call zu machen. Ich muss herausfinden, was hier passiert ist. Hast du da raus? Wissen Sie, wenn Rachel eine Retainer hat? Vielleicht. Es gab einen Artikel, dass sie sie nicht gefunden haben. Ich erinnere mich. Sie hat immer eine horrible Geräusche gemacht, wenn sie es auf die Palette mit der Zunge klopft. Was ist Rachel eine Retainer? Ich habe eine Box. Es könnte sie sein. Warum sollte jemand einen 10-jährigen Retainer halten? Vielleicht ist sie nicht. Vielleicht ist sie es. Die Box ist leer. Nein, ich kann nicht... Ich gehe weiter. Ja. Und schluss. Rotkomen. Hä? Kannst du mich hören? Ja. Wir müssen jemanden telefonen. Du musst jetzt rauskommen. Nein. Ich habe eine Schlüssel gefunden. Es ist von meiner alten Musikbox. Der, der in Leinards rum. Ich habe eine schwierige Zeit folgen. So creepy. Es ist egal. Es ist mir so warm. Es ist mir so warm. Es ist mir so warm. Okay. Es ist tatsächlich Rachel. Wie er auch das in der... In die... Also, sie hat diese Zungengeräusche gemacht. Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Hä, wieso? Du bist keine Hitze. Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is a... The more things get freaky, bizarre and painful, the more I need to figure out why... Why all of this... We'll figure it out. With the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen. A bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a deadline. Old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. Eh? Hä? Yeah? Yeah, but the macht nicht so gutes Licht wie die Kamera. In total solitude. With the weight of his family and Rachel and his conscience. He... He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you! My... My father might have had a lot of weaknesses. But surely, what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old. But... Fucking hell! Don't you dare even think that! I... I... He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. Huh? You didn't spend time with him, but I met him. And... I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Ich hab'n Verdacht. Ich hab'n Verdacht, weil... Ähm... Ich bin hier ja alleine. Wir wissen das. Er weiß das. Ich geh'n jetzt ein bisschen Vodka... Hier Schnaps trinken. Hey. Ich hab'n jetzt so gut. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide. And some even think she's still alive. Ich muss meine Schritte zurückholen. Maybe if I think through my steps, I can work something out. First thing. The phone call. They said Rachel isn't dead. Then, the lipstick from 10 years ago turns up still good. And then... My father's various notes where he says he still sees her. The night she and she still sees her. The night she and she still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend, here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself. Rachel could've lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless... They're all in cahoots. No suicide. No Timberline money. No, no, no. No, I'm just being paranoid. And then... There'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. I had a guess... The guy was so sad, that we found this room. And he said, raus, da, raus, da. I think he wanted to find it, that we didn't find it. Can that be? Because... Why should he make him a problem? I'm not alone here. I think he wanted to find it, that we didn't find it. Bin ich jetzt mal ehrlich. Also wirklich. So. Dann spielen wir das mal ab. In a 3-hour game. And I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers... That was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage. That I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind. Right? And you and Mom started fighting. The voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with suitcases, and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Also ich glaube auch mittlerweile, dass Rachel seine Tochter war. Aber warum war das die geheime Tochter? Weil er die Affäre mit jemandem hatte, und dann hat er die Tochter gezeugt. Aber warum war die dann da unten im Keller eingesperrt? Was ist denn das? Also, ganz verstehen tue ich's noch nicht. Endlich. Ich hab nicht vor, mich zu entschuldigen, ich bin ein bisschen gemein. Ein Tag. Die Nacht, Rachel. Vielleicht muss ich von dort beginnen. Ich spielte in der wirklich lange Hockey-Geme. Aber was war in der Zwischenzeit? Erinnerst du das Nacht, Irving? Ich glaube, ich war in der Kirche mit meiner Familie. Kirche? Das Nacht, wir hatten eine Mass für die Pooren hier. Wir haben eine jedes Jahr. Wie normalerweise, Mom volunteered für mich zum Spiel. Aber sie war so busy mit der Küche, dass ich Angst hatte, dass sie zu lange sein wird. Ich erinnere mich, als sie umgekehrte, sie sagte, sie hat mich geordert, um die Mezzanine zu öffnen. Du meinst den intermeidischen Fluss über der Rezeption? Was ist da drin? Ein Storeroom. Habt ihr da drin? Nein, ich habe alles vergessen. Ich hätte besser schauen, bevor ich weiter geht. Sollte ein Blick ins Mezzanine werfen, in der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber das ist ganz unten. Wieso bin ich jetzt hier oben? Dann muss ich wieder runterlaufen. Wo ist denn noch? Wo ist die Treppe? Da. Gut, er weiß, dass Rachel noch lebt. Das könnte auch sein, aber wieso sollte Rachel hier sein? Die schläft ja nicht noch über in dem Zimmer, wenn die noch lebt. Das wäre ja vollkommen wahnsinnig. Weil die wäre ja auch schon erwachsen dann so wie ich. Wo komme ich denn da rein? Ach so, das ist ja das. Was? Oder? Hä? Stopp! Main Floor? Hall? Achso, ich soll da drauf. Hier. In der Mitte. In der Mitte. Da ist was. Nee. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Also das oder das. Naja, okay, gut. Die Macht hat kurz helleres Licht, aber okay. Manni, ich will da nicht rein. Das ist ja voll creepy. Ähm. Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! Äh, das dachte ich mir. If you're listening to me, whoever set up this representation, I... Das war er. I think they want to tell me that Rachel was killed? But... Why my hockey stick? Yeah. Hello? Hello? Oh God, why is he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Ja, das ist aber fix er, weil er antwortet jetzt bewusst nicht. Der hat das hier... Beruhigt euch. Der hat das hier inszeniert und will damit ausdrücken, dass ich Rachel und das Baby, also sie war ja schwanger, umgebracht habe. Dass ich schuld sei. als ob... Was ist denn das für ein creepy Scheiß? Also jetzt ehrlich. Hier wieder raus. Und der hat jetzt einfach bewusst nicht... Äh! Lass mich raus! Lass mich doch einfach raus! Ich darf nicht. Ich habe hier noch irgendwas vergessen. Oh Mann. Da ist eine Hand. Soll ich meinen Hockeyschläger nehmen? Das ist doch viel zu creepy, ey. Was ist das? Das sind hier auch überall so Decken. Mal raus. Da gibt es nichts zu holen. Wieso ist die eigentlich auch anders? Ja, jetzt... Oh. Jetzt braucht es schon jede in dem Game, ne? Das gehört, was ich gesagt habe. Warum bist du nicht reingegangen? Das war die Glocke! Hä? Was? Was? Ja, das ist doch fix der. Das ist alles eher. Boah, ich habe so Gänsehaut. Ich will nicht mehr. Eben, was tust du, was bringt sich, was verbirgt sich hinter der Tür, verschlossene Tür im zweiten Stock? Das habe ich doch mal aufgemacht. Achso, nee. Wartet mal, wie komme ich denn da rein? Wie komme ich denn da rein? Also jetzt, nachdem er so antwortet, ist es bestimmt er. Es gab keine... Ja, es gibt keine Antwort. Aber, wie komme ich denn da überhaupt rein? Oh Gott, das ist so creepy hier. Und wieso gibt es eigentlich auch immer die Zwischenwände? Das ist voll kuselig. Da hat mal jemand auftaucht. Zwischenwand und dich belauscht. Das gibt es doch nicht. Nee, da ist das nicht. Ich bin falsch. Da ist gerade jemand gelaufen. Kommt schon. Okay, da ist Museum. Nein. Da ist gerade jemand gelaufen. Ich habe es doch ganz genau gehört. Ich bin nicht schwerhörig. Ich höre sowas. Hä, wo ist denn jetzt diese blöde Tür? Sie ist offen. Ja, klar ist der hier. Dieser Arsch. Klar ist der hier. Der hat mich hier jetzt aufgemacht. Und sagte, keep going. Keep going, hat er gesagt. Hier rein muss ich. Ich bin aber nicht. Ähm. Ja. Das ist doch fix seine Höhle hier. Hundertprozentig. Beweise. Transmissions. Car. Ja. Das ist mein Auto. Das ist mein Auto. Oh, das ist so ein Creep. Das ist so ein Creep. Hier eine schöne Handschrift hat er. Das muss man ihm schon lassen. Leere VHS Höhle. Melden. Ich melde jetzt gar nichts mehr. Also ansehen. Hier mein Auto unten in der Garage. Irgend so ein Creep-Foto. Nicole Starter. Oh mein Gott. Was geht hier ab, ey? Oh mein Gott. Ist der hier schon lange? High School Montana Diplom. Steht denn da für ein Name drauf? Nicole. Hä? Wieso hat der mein High School Diplom? Meine Eishockey Fotos. Da haben mich eingekreist. Was ist das? Der hat hier geschlafen. Guck dir das an. Creepy. Boah, der bringt uns jetzt um, oder? Ich will das nicht melden. Das ist ja seins. Ist er denn? Er muss doch hier irgendwo sein. Äh, Ba. Was ist denn das? Hier schneid's rein. Vielleicht ist er Rachel. Vielleicht ist er Rachel. Und sie war immer eifersüchtig auf mich, weil ich ja so in Real Life oben sein durfte. Hier. Zum Kameras aus, äh, äh, verarbeiten. Wie nennt man das? In der Dunkelkammer. Hier mein Auto. Hier das Rachel Zimmer. Da war der halt auch überall. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wer sonst so wütend auf mich sein kann, außer Rachel selber. und dann müsste er, also entweder er hat eine Geschlechtsumwandlung gehabt oder hat einen Stimmenverzerrer genutzt. Weil ich hab ihn ja noch nie gesehen. Okay, ich glaub, wir müssen's melden. Aber vorher guck ich mir das noch an. Kann das doch angucken. Konnte doch das grad... Achso, nee, das war hier. Leere Hülle. Ja, okay. Sag mir nix. Doch, was steht da? Ja, christmas, 1980. Du musstest einfach von einem von einem. Was? Every memory. Painstakingly gathered. Every reconstructive piece. Every little element retrieved from the dark. A photo. A hairband. A lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawlspaces. You're not with FEMA. You, Jenkins. You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. you were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I, I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig a rabbit in the past. Hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. I, we, did it for years. Day, after day, after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out, finally. I miss you. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father, oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retardment. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. a love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love. We all died. We make up the history of Timberline. It was a tragedy. Had he brought you up? No. We all got frozen there. In that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand, as you've already begun to understand. You're the one who I'm the one who I'm the one who I'm the one who I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. You owe it to me. Yeah, I'm the one who Yeah, look. It's getting me off-made here. Creepy. Where is it? Oh my God. What is it here? los. Aber fast ein bisschen gemütlich hier. Schlüssel! Schlüssel! Ach, da bin ich. Witt. Rachel wahrscheinlich, ja. Oh Gott, kommt er jetzt auch hier rein? Ich hab Angst vor ihm. Also er ist logischerweise jetzt, also folglicherweise der Bruder von Rachel, der immer so vergessen worden ist. Aber was er jetzt genau gegen mich hat? Keine Ahnung. Weil ich sie gehasst hab? Er raucht. Wieso ist hier Rachel nackt? Lennarts Gedanken. Och Gott, das ist doch creepy. Rachel war in meinem Alter und mein Vater hat hat eine Affäre mit ihr gehabt. Boah, ich weiß ja nicht. Das ist Leonard, mein Vater. Mein Testament sollte in einem poised manner starten. Meine liebe Nicole, meine Lieblingsfamilie, meine Lieblingsfamilie, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. Ich mag dich fragen, wie du bist. Wie bist du, Nicky? You're probably tired. You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from in these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide-open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me. It doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel. Who are you talking about? In the air we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it. Those who cast it aside with indifference and those who can't recognize it. Stars still emanate their light even after collapsing, right? Yeah, read Mark Latex. There is a lot of light here. There is light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So how are you? I'm good. I will be good. Good. There is this. Was? Ihhh! Oh, direkt wieder Gänsehaut. Oh nee, ihhh, ihhh, ihhh. Wer hat das gerade geschrieben und umgedreht? Was passiert hier? Nein. Ich hab nix getan. Was? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich hab gar nix gewonnen. Ich kann die Schlüssel nehmen, oder? Jetzt. Was sind die Schlüssel? Zigaretten? Da ist ne Note. Ranking. Rachel Lennart? Lennart? Checkt mehr? Rachel Lennart? Rachel Lennart? Was? Das ist doch so verrückt. Hilfe! Ja! Umarmung zwei. Bitte noch mehr grüne Neune. Ja, was ist los? Ach du grüne Neune. Wie ist das so süß? Mann! Was passiert hier? Also, ich guck mich jetzt hier nochmal um, damit ich hier wirklich gar nichts übersehe. Da sind nur Bücher, die kann ich nicht... Ach doch. Thinking through Madame... Ja, ja, klar. Der mit seiner Mathematik. So. Ich kann hier nichts tun. Wieso ist das... Ach, das ist nicht echt normal. Also, keine Ahnung, wer das hier grad geschrieben hat. Aber das ist richtig creepy. Also... Holy guacamole! Das war so creepy, dass ich das grad... Zuerst die Kreidegeräusche. Und dann hat sich das umgedreht. Ach. Ja, bitte. Nehmen wir so ein Ding mit? Achso, ne. Das sind Schieß. Ich dachte, das ist so eine Machete. Oh, hier, guck mal. Ist das ein Weg? Ne, das ist einfach nur runter. Okay. Hier steht... In Klairs Auto! Okay, bye. Ich hau ab. Wo ist in Klairs Auto? Checkmate. Achso, Ranking in Schacht. Okay. Oh, ich hab so Angst, dass der gleich hier steht. Der weiß ja ganz genau, dass ich hier bin jetzt. Der kann mich hier einfach jetzt von hinten erschlagen, wenn er will. Das ist ja so creepy. Wo ist denn Klairs Auto? Short Question. Achso, war der Schlüssel... Der von... Von der Haustür? Kann ich da jetzt raus? Oder ist es der Autoschlüssel? Ist Claire, meine Mom? Hallo. Leonard war ein sehr spezieller Mann. Seine Seele war groß genug, um beide dich und Rachel zu lieben. Ich bin dich, mein Vater Seele. Besser als jeder. Du warst nur ein glückliches Kind. Du warst nicht. Du warst nicht. Du warst nicht. und ich kann nicht warten, um zu Ende dieses Geschäfts und wegzunehmen, um alles wieder zu machen zu können? Du wirst nicht mehr wissen, was meine Mutter und ich durchführt. Aber du bist anders als wenn du hier bist. Jetzt kannst du die Wahrheit herausfinden, eine Wahrheit, die anderen würden dich verletzten. Ich habe dich nicht lief. Ich habe dich beschädigt. Listen, ich bin sorry über Rachel. Ich lief sie, und ich lief mein Vater, aber ich wollte es nie so enden. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Vielleicht besser als jemand. Betrayal. Shame. Death. Meine Familie wurde verletzt. Just wie du. Wie lange dauert dieses Schmerz? Es wird bald. Es wird bald. Ich weiß die Wahrheit. Ich kann es Ihnen nicht geben. Nein. Nein. Du hast die Pfeifen zusammengezogen. Wie ist das? Du hast immer gesagt, wir sind die Leute, die wir mit uns nehmen. Und du hast die Leute abgeholt. Hier in dieser Ort. Ich habe das nicht gehört. Ich will nur raus raus. Ich bin schon wieder. Ich bin auch. Du bist der einzige Einzige, die kann eine Finale für diese Geschichte geben. Es ist Zeit, die letzte Tür öffnen. Ich liebe dich, wiroth. I love these. Wach, Sie, wach Sie, was ist in der Dissetek? Wach, Sie? I don't like it. I hate it. Guck mal nochmal in der Waschraum. Hier, wo ist es? Boiler Room. Boiler Room, Hall, Reception, Check-In. War der da? Nee, da war der Skiraum. Da war ja das gruselige zum... nach unten, oder? Aber da müsste das eigentlich auch sein. Hier. Hier war der Wasching Room, guck mal. Don't be. Wasch sie, wasch sie. Wo denn? Wo kann ich sie denn reinpacken? Hier, Waschbecken. Wie bitte Lady? Nein! Zahnspange. Was hab ich sie umgebracht? Ich habe alles gesehen. Ich war da. Und Blut, ja. Die Kinder. Das war die gleiche Nacht, wie die Hockey-Geme in Missoula. Reverend Foster war so busy mit der Präparationen, die Beobachtungen für die Gäste, und die Hockey-Geme in der Timberline Church. Und meine Mutter, Claire, sagte, dass wir zurückkommen aus dem Spiel in Zeit für die Distribution. Sie hat mein Vater zu helfen, um den Reverenden zu helfen, und er kam mit seiner ganzen Familie. Du und Rachel. Ja. Ich erinnere mich wie es war gestern. Ich konnte nicht finden, meine Stücke. Ich panischte, und ich ging nach der Garage. Claire war da. Red in der Gesicht. Sieh, sieh. Sieh, sieh? Es war nur eine fliegelte Gefühl. Das ist das, warum ich es aus meiner Erinnerung aus meiner Erinnerung habe. Ich musste es aus dem Erinnerung, verstehe? Was war in ihrer Blick? Es war nur nicht sie. Es war wie ein... ein schweiger Mensch. Ein... ein besonderes, gefährliches Tier. Ich habe sie nie gesehen wie das, vor oder später. Nicht sogar auf dem Tod. Und dann, sie hat ihre Hände auf ihre Hände, exzaußt. Sie schüttelte. Und da war sie wieder, meine Mutter. Aber es muss nur die Impression eines Momenten sein. Ich hatte die Finale gegen Cold Springs High, aufzüttet mich. Ich bin in der Auto, schüttelte meine Bagel in die Rückseite. Meine Hockey-Stick war da. Claire sagte, sie hat es geschnitten. Sie hat es geschnitten. Geh weiter. Ich... ich nicht... Geh weiter! Wir... Wir sind da, auf der Zeit, und ich spielte. Bestes Spiel in meinem Leben. Und das letzte. Claire war auf den Blechern, empfiehend mich, befreundet mich. Und dann habe ich sie verloren. Ich glaube, sie hat sie verloren, für zwei Jahre, ich glaube. Und später, wenn ich gefragt habe, sie sagte, sie hat geflogen, weil Marty O'Donigle's Vater hatte ihre Hände. Aber es war nicht wahr. Es ist genug Zeit, um zurück zu gehen. Ich sage es nicht. Irving, ich sage es nicht. Ich sage es nicht. Ich... ich... Ich gehe all the way mit Rachel's body. Und... Und die Baby, die sie in der Bühne hatte, in der Trunk, rollte in der Blanket. Gott, oh mein Gott. Sie... ...killed Rachel. Dankeschön, Nikkie. Du hast deine Revenge. Ich hoffe, dass alles das dir geben, was du hast. Ich wollte du mir helfen, um die Wahrheit zu erinnern. Du hast nicht wissen, dass Claire... Ich war nur ein Kind. Plus, sie nie wollte ich, um mich zu kommen. Rachel ist... hier? Sie wissen, ich... ich glaube, dass sie mich noch immer schützt. Aber ich habe jetzt grown. Jetzt... wir können alle befreundet werden. Was? Wait, woher gehst du? Hör, wir können Dinge ausarbeiten. Was passiert ist schrecklich. Aber alle die Hauptspieler in dieser Geschichte sind tot. Entschuldigung? Tot. Wir sind noch immer wieder. Wir sind noch immer wieder. Ich, du... Wir haben nichts gemacht. Das ist genau das, was wir falsch gemacht haben, Nicole. Wir haben nichts gemacht. Wir waren Kinder. Ja. Es ist schön hier. Rachel hat mir gesagt, es gibt es so viele Mal. Aber ich habe nie gedacht, es war so schön. Aber ich habe nie gedacht, es war so schön. Irving, wo bist du? Es ist weit, so weit wie ich kann sehen. Beyond the mountains. Du... Du... Du hast das Hotel? Aber... Es ist zu kalt. Du... Du wirst da draußen. Irving, bitte. Ich habe in der Nacht für Jahre altes. Du freust mich. Und jetzt kann ich endlich in der Licht. Ich kann... ... und zurück... ... zu ihr. Ich kann mich nicht fahren. Kann ich nicht fahren? Nein! Ich muss nicht hier sein. Ich... Ich... Ich bin... Ich bin... Nein! Nein! Nein, 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 nein. Rachel? Nein. Ist das du? Boah, ey. Ich habe noch diese Gänsehaut gehabt. Oh, ich bin im Auto. Ihr habt die Zahnspange mit? Kannst du bitte ans Telefon gehen? Yes? Ich glaube, es ist mir, Jenkins, der Arbeiterin. Ich bin gut. Great, I'm glad Listen, I don't want to sell the hotel anymore What? Damned interference I didn't catch you, what'd you say? I don't want to sell the hotel anymore You've been really nice Your job is done Thanks Oh, oh well I see Well, you're the owner And you got every right to decide But that you should talk about it in person I want to understand This kind of decision I'm back home And I have to stay here Forever Why am I now doing this? Is this The Sicherung Rausgefallen? I hear nothing more Keine Schaltung You know, Mom I was thinking about going to the lake Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars You can't see them during the day But they're always there If you like it? I would so like it And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice Oh, God We're going to go completely Mom Dad It would be so nice Okay, I can actually auto fahren Sit there Dafür haben wir einen Führerschein gelernt Let's go Rückwärtsgang rein Ich kann nicht nach hinten gucken I'm scared I'm scared You I I Don't want to die It's getting dark I can't See The light Ich kann nicht ausschalten Ich will raus Alles abgeklebt Wieso habe ich das nicht vorgesehen? Man hört doch auf zu spoilern, Leute Das nervt No more anger Echt eine harte Story Krass Also ich habe mich jetzt nicht umgebracht Ich habe es nochmal ausgeschaltet Aber wir bleiben in einem Hotel Okay Da habe ich jetzt Angst wegen Copyright Ich hatte so Gänsehaut Also richtig krasses Game An meine YouTube Zuschauer Falls ihr mehrere solche Games sehen wollt Dann empfehlt mir gerne in den Kommentaren Welche Falls ihr ähnliche Games kennt oder so Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf Schreibt mir in die Kommentare Was ihr so sehen wollt von mir Dann kann ich das gerne mal im Stream spielen Und lad das dann hier auf dem Streaming-Dodo-Kanal hoch Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Gebt gerne einen Daumen nach oben Und krasse Story auf jeden Fall Also echt nichts für schwache Nerven Hat mir aber sehr, sehr gut gefallen Sehr, sehr gut gemacht Ständig Spannungsfaktor da gewesen Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.